Herzlich Willkommen zur Software Engineering Vorlesung. Die letzte Vorlesung im Semester, letzte Vorlesung jetzt für diese Lehrveranstaltung, tatsächlich auch die letzte für mich an der Uni Paderborn. Jetzt könnte man sagen, ihr habt mich so geärgert, dass ich schon wieder weg will. Tatsächlich ist der Hintergrund relativ vielfältig, möchte ich euch jetzt auch hier nicht mit langweilen, aber das Grundkonzept ist relativ schwierig, Familie und Beruf unter einen Huf zu kriegen mit einer Professur und ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie es für mich noch besser klappt, beides unter einen Hund zu bekommen und deswegen wechsle ich schon sehr schnell wieder, auch wenn das eigentlich eher nicht üblich ist, für einen Semesterbus an eine Uni zu kommen. Gut, aber das habt also nicht ihr verbockt oder nicht irgendwer anders hier an der Uni. Tatsächlich eine Sache noch, bevor wir anfangen mit der Vorlesung. Ihr habt eine Lehrverleihung ausgefüllt. Erstmal herzlichen Dank, es gab sehr viele, es gab sehr viel Feedback, quantitatives Feedback und qualitatives Feedback und da möchte ich noch mal kurz auf ein paar Sachen davon eingehen. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar für alle, die da Rückmeldungen gegeben haben. Eine Sache, die relativ häufig kam, so das häufigste mit war, ist es zu viel Aufwand in der Lehrveranstaltung. Tatsächlich ist uns das bewusst, uns auch bewusst, dass es mehr Aufwand war als in den letzten Jahren. Mir ist, als ich herkam, zu Ohne gekommen, dass es die leichteste Veranstaltung im Studium ist. Da habe ich gedacht, oh, das ist vielleicht nur bedingt hilfreich, wenn es die leichteste Veranstaltung ist. Ich möchte euch das mal vor Augen führen. Wir könnten euer Feedback jetzt annehmen und sagen, okay, die Veranstaltung war zu schwer. Wir machen die leichter. Im nächsten Jahr kriegen wir auch wieder das Feedback, die war zu schwer. Das machen wir jetzt zehn Jahre lang und dann kommen wir bei einer Veranstaltung raus, mit der sind alle super glücklich. Naja, nur bedingt, weil jede Veranstaltung soll ich auf andere Veranstaltungen danach im Studium vorbereiten und wie einfacher irgendeine Veranstaltung wird, desto schwieriger wird es für euch danach, entweder in anderen Veranstaltungen im Studium oder aber auch im Alltag, also später im Arbeitsalltag. Also, die Idee war schon, irgendwie euch ein bisschen mehr zu fordern, das war uns bewusst und auch bewusst, dass das als Feedback kommen wird. Unsere Hoffnung ist allerdings, dass ihr davon profitiert im Softwaretechnik-Praktikum im nächsten Semester, insbesondere was jetzt aufwendiger war in das Praktikum. Jetzt könnt ihr dann sagen, ja, aber ihr habt zu viel verlangt von uns. Tatsächlich haben wir das durchgerechnet, wir haben auch mal stichprobenartig gefragt, wenn uns jemand gesagt hat, das ist zu viel Aufwand, haben wir gefragt, wie viel Aufwand war das dann? Zum Beispiel sechs Stunden für ein Übungsblatt, um das vorzubereiten, aber tatsächlich ist das genau das Mittelmaß, was die Credit Points bedeuten, also sechs Stunden. Und dass man vielleicht bei dem einen Aufgabenblatt mal länger braucht, bei dem anderen ein bisschen schneller durch ist, das ist vollkommen klar und das ist auch von der persönlichen Situation ein bisschen abhängig. Gut, das zum Aufwand. Genau. Tatsächlich war ein Feedback auch noch, dass das Praktikum, dass es da zum Beispiel Aufzeichnungen gab, die nicht von mir waren oder von uns waren. Tatsächlich gab es ein Missverständnis bei der Lehrplanung, sodass wir in der Woche vor dem Semesterstart gehört haben, dass wir dieses Praktikum auch veranstalten. Wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Das Feedback vom Praktikum war gar nicht so schlecht dafür, dass wir das so relativ ad hoc gemacht haben. Aber insbesondere, es wurden keine Räume geplant dafür, obwohl man das eigentlich gebraucht hätte. Es wurde kein Lehrpersonal extra eingeplant. Das war relativ schwierig und wir haben das hier versucht, mit der Zentralübung sozusagen dann mit den Personalressourcen, die wir zur Verfügung hatten, quasi durchzuziehen. Und zumindest kann ich euch schon mal positives Feedback geben, dass ich der Meinung bin, dass im Praktikum wirklich gute Sachen rausgekommen sind und dass wir merkt haben, hier auch in den Gesprächen, dass ihr die Sachen wirklich gut verstanden habt und damit wieder eine gute Grundlage habt für die nächsten Semester. Gut, Dankeschön, Jana. Genau, und der dritte Punkt, den ich noch nennen wollte oder den wir noch nennen wollten, ist das Votierungssystem in der Übung. Da gab es auch relativ viel Kritik. Das ist ja relativ verschult und warum muss ich da immer hinkommen? Warum zwingt er mich, da hinzukommen? Tatsächlich kann ich das nachvollziehen. Also in der idealen Welt würde ich sagen, ist das völlig freigestellt, jedem Studierenden, wann er wie, was lernt. Faktisch ist die Erfahrung eher, die ich eher von anderen Unis in der Vergangenheit gemacht habe, dass wenn es überhaupt nichts gibt, was man über das Semester machen muss, dann passiert auch relativ wenig über das Semester und dann wird es relativ schwierig, so eine Prüfung zu bestehen. Und ihr habt jetzt auf jeden Fall den Vorteil, nachdem ihr euch das durch das Semester erklärt habt, dass es für die Prüfung dann einfacher werden sollte. Ihr seid jetzt schon deutlich besser vorbereitet, als wenn wir da nichts gefordert hätten. Auch noch dazu, ihr solltet ja da so kleine Vorträge machen und die Aufgaben vorstellen. Und da war auch gesagt, das ist fair Aufwand und das müssen wir woanders gar nicht, woanders wird uns das vorgerechnet. Tatsächlich glauben wir, dass ihr für euch persönlich für die Entwicklung das meiste mitnehmt daraus. Ihr müsst an vielen anderen Stellen Vorträge halten, im Studium, später im Beruf und da hilft euch jede Praxiserfahrung wieder, auch wieder vor einer Gruppe, vor Personen vorzutragen, Sachen vorzustellen und euch da entsprechend effizienter vorzubereiten. Also das sehen wir sozusagen als weitere Kompetenz, die ihr jetzt entwickelt habt und durchaus auch wieder ein Punkt, ja es ist Aufwand das vorzubereiten, aber eben hilft euch dann für die Prüfung hoffentlich. Gut, habe ich noch was vergessen? Ja, okay, achso, ein Punkt noch, das war ein kleiner Punkt, es kam die Frage auf, warum eigentlich englische Folien. Mich hat das selbst im Studium immer gestört, dass es eigentlich so ein Deutsch-Englisch-Mix irgendwie zwischen Folien ist. Ich habe andere Lehrstühle gesehen, die ganz viel Aufwand betreiben und irgendwie Folien immer übersetzen und dann gibt es eine deutsche und eine englische Fassung und dann muss man die irgendwie Synchronen halten. Faktisch ist es so, auch da, ihr braucht auch die englischen Begriffe. Es ist immer mehr eine Internationalisierung, wir reden in Deutschland von einem Fachkräftemangel, das wird euch begegnen im Berufsalltag, dass ihr mit vielen Personen zu tun habt, die nicht deutschsprachig sind. Es gibt viele Firmen, bei denen alles schriftlich auf Englisch passiert und auch dafür müssen wir vorbereitet werden. Also insofern sehen wir das eigentlich klar, das ist eine extra Hürde und wir haben auch ein paar Konsequenzen daraus gezogen, zum Beispiel, wenn deutsche Fachbegriffe in der Klausur kommen, dann würden wir da die englischen zum Beispiel immer noch mit ranschreiben, sodass euch da jetzt keine Nachteile dadurch entstehen. Gut, das war es erstmal zum Feedback zur Lehrveranstaltung, also Dankeschön nochmal für das Feedback an euch, da waren auch ein paar positive Sachen drin, nicht nur negative, haben uns natürlich auch drüber gefreut, aber klar, die negativen Sachen sind natürlich auch, an denen wir irgendwie arbeiten können und eine Sache, die wir heute schon beherzigt haben, ist, dass es heute eine Viertelstunde später losging, dann ihr wolltet mehr Zeit zum Mittagessen haben. Konnten wir jetzt leider bloß noch einmal umsetzen. Gut, gibt es noch organisatorische Fragen? Das kann ich für heute nochmal sagen, also wir starten jetzt mit der Vorlesung, die Überlegung war eben, wir wissen nicht, wie lange die Fragerunde dauert, das kommt auch an, wer wie viele Fragen dabei hat, wenn jeder 100 Fragen von euch dabei hat, dann brauchen wir wahrscheinlich eine Weile und so können wir das etwas besser verteilen danach, wie viel Zeit wir dafür brauchen. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann würden wir jetzt starten mit der Vorlesung, heute zum Thema Entwurfsmuster. So, ich starte ja immer mit so einer Folie und dann zeige ich irgendwie, ja, und das ist der Teil, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ja, heute irgendwie Entwurf und Implementierung, aber wenn euch das jetzt langweilig wird, in der letzten Vorlesung immer noch was anderes, denn Entwurf gibt es in vielen anderen Bereichen, hier für die Fahrräder und es gibt vielleicht Entwürfe, die haben sich irgendwie durchgesetzt und welche, die haben sich nicht so durchgesetzt, also mein Favorit ist irgendwie das von 1955, das hat sich nicht so durchgesetzt, zumindest sieht man relativ wenig, die sich sofort bewegen und tatsächlich ist das sogar die, ja, Motivation für diese Vorlesung. Also es gibt offensichtlich Entwürfe und im Software Engineering gibt es die genauso wie an anderen Stellen, die besser geeignet sind als andere und wir wollen uns heute Entwürfe eingucken, die ja gewissermaßen praxiserprobt sind, die gut funktionieren in der Praxis. Gut, und das machen wir mit drei verschiedenen Vorlesungsteilen, wir gucken uns strukturelle Muster an, Verhalten, Erstellungsmuster und Verhaltensmuster, das ist jetzt noch nicht so schlimm, wenn ihr da nicht direkt was mit anfangen könnt, da kommen wir dann später drauf. Gut, zunächst mal könnt ihr euch fragen, wo kommt das jetzt eigentlich her, habe ich die alle in der Praxis gesehen, nein, habe ich nicht oder habe ich quasi das Wissen und ich möchte euch das vermitteln, nein, das sind alles Erfahrungsberichte, die von vielen Personen kommen und es gibt ein vierer Team von Personen, die diese Erfahrungsberichte zusammengeführt haben in einem Buch und die vermutlich aufgrund der Namen bekannt sind als Gänger vor, weil die keiner alle vier aufzählen will, es sind nämlich Gamma, Helm, Johnson und noch jemand mit einem schwer auszusprechenden Namen, bekannt als Gänger vor und das ist auch das Gänger vor Buch sozusagen. So, das ist eines der bekanntesten Bücher in der Informatik und im Wesentlichen halten wir uns da dran, was da drinsteht und ihr findet eigentlich auch alles, was ihr dazu nachlesen wollt in diesem Buch. Was sind diese Entwurfsmuster? Ich lasse euch das kurz lesen. Gut, also der Entwurf von objektorientierter Software ist irgendwie schwierig, ihr habt das Praktikum nebenbei gemacht haben, ihr habt natürlich einige Sachen schon gemerkt, warum das schwierig ist, mein Favorit beim Praktikum war, dass jemand in einer Unterklasse Felder vom gleichen Namen hatte wie in der Oberklasse und das eine werden initialisiert und das andere nicht und dann gab es eine Nile Point Exception und da haben wir ewig dran gesucht, bis wir diese Stelle finden. Es ist also schwierig, objektorientierte Software zu schreiben, gute objektorientierte Software zu schreiben, aber es ist insbesondere noch schwieriger, wiederverwendbare zu schreiben, also welche, die wir leicht später weiterentwickeln können, welche, die wir leicht, wo wir leicht auch Teile irgendwie wiederverwenden können und man muss sagen, hier ist jetzt in der Definition oder dieser Motivations-, in dem Zitat ist jetzt reusable hervorgehoben, allerdings ist viel heute auch einfach das Weiterentwickeln soll möglichst einfach möglich sein. Also Software-Wartung, Software-Evaluation soll möglichst einfach möglich sein. Und da gibt es eben diese Entwurfsmuster. Erstmal aus was bestehen die, die haben einen Namen, damit wir die irgendwie eindeutig identifizieren können, die beschreiben ein gewisses Problem, eine gewisse Lösung zu dem Problem und gewisse Konsequenzen, die sich irgendwie daraus ergeben. Weil jedes Mal, wenn ich eine Entwurfsentscheidung fälle, zum Beispiel bei einem Fahrrad den Rahmen wegzulassen, dann habe ich vielleicht ein Problem, wenn es dann bergab geht und mir die Räder irgendwie davonrollen, ich kann die nicht stoppen. Das wäre jetzt eine Entwurfsentscheidung für ein Fahrrad und in der Softwareentwicklung haben wir auch viele Entwurfsentscheidungen und die haben immer Vor- und Nachteile. Und das Interessante ist, es gibt also irgendwie wiederkehrende Probleme, Probleme, die es häufig gibt in der Softwareentwicklung, für die es lohnt, über generische Lösungen nachzudenken. Und wann immer es ein wiederkehrendes Problem gibt und es gibt eine generische Lösung dafür, dann kann man ein solches Entwurfsmuster aufstellen. Gut, der Name ist natürlich wichtig, das fängt jetzt schon an, ich bringe euch jetzt hier ein paar Entwurfsmuster bei und wenn jemand später mal euch ein Entwurfsmuster davon an den Kopf knallt, den Namen, dann müsst ihr nicht erst im Detail fragen, wie das dann funktioniert, sondern im besten Fall wisst ihr dann, wie das grob funktioniert und könnt damit schon was anfangen. Gut, jetzt gibt es verschiedene Arten von Entwurfsmustern, es gibt Erzeugungsmuster, Strukturmuster und Verhaltensmustern, nach denen ist auch die Vorlesung unterteilt, wo es dann an der Reihenfolge geht. Und zwar geht es manchmal darum, dass wir Probleme haben beim Entwurf, die damit zusammenhängen, wie Objekte erstellt werden. Das gucken wir uns zum zweiten Teil der Vorlesung an. Manchmal gibt es Muster, die damit zusammenhängen, wie sich gewisse Objekte verhalten, wann schicken die sich Nachrichten, wie oft schicken die sich Nachrichten, wer kommuniziert eigentlich mit wem, welches Objekt kennt welches andere. Das sind Verhaltensmuster und dann gibt es Muster, die betreffen in irgendeiner Form, wie viele Klassen muss ich erzeugen, um das umsetzen zu können. Wie sieht überhaupt die Struktur aus, gibt es vielleicht ganz viele Duplikate, weil ich die gleiche Methode an ganz vielen Stellen definieren muss, habe ich vielleicht ganz viele IF-Abfragen im Code, um verschiedene Klassen zu unterscheiden. Das alles sind Strukturmuster und die gucken wir uns im ersten Teil etwas genauer an. Gut, und ihr kennt diese Mindmaps, so oder so ähnlich jetzt, an verschiedenen anderen Stellen und meist war das Ende vom Lied, dass ich gesagt habe, es gibt da verschiedene, wir gucken uns eine Auswahl davon an, es ist auch hier wieder so, es gibt verschiedene Strukturmuster, das sind die Namen und wir gucken uns davon drei verschiedene an und genauso gibt es Verhaltensmuster und wieder ist auch da das Ziel, dass ihr in der Vorlesung, sollte jetzt nicht alle runterbeten können, das sind einfach zu viele, um die im Detail zu sprechen, die Idee ist eher, ihr lernt ein Paar kennen, ihr lernt das Prinzip von einem Entwurfsmuster kennen, das kann man ohne ein konkretes Pattern oder Entwurfsmuster nicht machen und lernt lieber alle diese drei Kategorien kennen und ihr seht, Verhaltensmuster gibt es sogar noch viel mehr, wo wir hier mal nur eins stellvertretend besprechen. Gut, das ist also die Übersicht und das sind die, die wir heute in der Vorlesung kennenlernen und schon besprechen werden und wie gesagt, das soll eher eine kleine Auswahl sein, ich sehe die Gefahr, wenn wir zu viele hier besprechen, dann bleibt nicht viel hängen und wenn wir weniger besprechen würden, dann habt ihr das Prinzip vielleicht von einem Entwurfsmuster noch nicht verstanden. Gut, gibt es Fragen soweit? Dann war das die allgemeine Einführung und wir starten jetzt etwas konkreter, nämlich wir gucken uns jetzt einzelne Entwurfsmuster an und gucken uns für die Entwurfsmuster mal an, was ist eigentlich das Problem, was wollen wir lösen, was ist ein wiederkehrendes Problem, was öfter in der Praxis auftaucht, denn wenn ein Problem nur einmal in der Praxis auftaucht, dann macht es keinen Sinn, über eine generische Lösung nachzudenken, die man wiederholt anwenden kann, das heißt, es sind immer Probleme, die in der Praxis schon häufig aufgetreten sind und wir gucken uns jetzt hier eine generische Lösung an. Gut, ich lasse euch kurz die Motivation lesen für das Object-Adapter-Pattern. Gut, also relativ simples Problem, ich habe eine Klasse auf der einen Seite, die erwartet eine gewisse Schnittstelle von ihren Klassen. Ich habe eine andere Klasse, die bietet irgendeine Schnittstelle, da sind irgendwelche Methoden drin und die beiden passen aber nicht zusammen. Das kann im einfachsten Fall sein, eine Methode ist anders benannt, das kann aber auch sein, ich habe vielleicht in dem einen Interface drei Methoden, in dem anderen bloß eine Methode und ich muss überlegen, wie passen die eigentlich zueinander, wie kann man das dann aufrufen. So, und jetzt könnte man überlegen, dann passe ich das einfach an, dann passe ich einfach das eine Interface zu dem anderen an und dann passen die zueinander, dann benenne ich halt die Methode um. Faktisch ist es nicht immer in eurer Kontrolle. Ein Beispiel, in Java gibt es die Standardbibliothek, in der Standardbibliothek sind Klassen drin und ihr könnt und sollt die nicht ändern. Die sind einfach so da, die ändern sich vielleicht auch in der Zukunft mal, aber es ist außerhalb eurer Kontrolle, ihr könnt nicht sagen, in der Standardbibliothek nenne ich die Methode um und dann müssen halt alle die Millionen Softwareprojekte, die diese Methode aufrufen, die müssen jetzt alle sich ändern. Also, Standardbibliothek ist ein Beispiel, ein anderes Beispiel ist, ihr habt eine Open-Source-Bibliothek, die ladet ihr runter, die benutzt ihr und auch da könnt ihr vielleicht nicht anpassen, wie die Methoden heißen. Und jetzt wollt ihr beides zusammenbringen. Ihr wollt einfach zwei Softwareteile irgendwie zusammenbringen, wo ihr aus verschiedenen Gründen vielleicht nicht das Interface umändern könnt. So, das Object-Adapter-Pattern ist auch bekannt als Wrapper. Ich sage gleich nochmal was dazu, warum das vielleicht ein schlechter Name ist oder später. Kleiner Teaser. Die Motivation ist, wir wollen Wiederverwendung von all den Klassen, die irgendwie da sind. Die haben halt inkompatible Schnittstellen und wir wollen die irgendwie kompatibel machen. Und die Idee ist relativ simpel. Wir bauen einfach eine Klasse, die vermittelt zwischen dem einen Interface und dem anderen Interface. Wie sieht das jetzt aus? Was wir jetzt immer machen, ist, wir bedienen uns Klassendiagrammen. Und da seht ihr jetzt einen Anwendungsfall wieder für diese OML-Modelle und in dem Fall Klassendiagramme. Und zwar ist das eine generische Beschreibung für die Lösung. Das zeigt nicht das Problem, das zeigt nicht eine konkrete Anwendung wie eine Chat-Anwendung oder ein Rasenbeer-Roboter, sondern das zeigt eine generische Lösung. So, da drin gibt es drei verschiedene Klassen. Das heißt, in der Lösung, wenn ich das fertig implementiert habe, werde ich sehr wahrscheinlich drei verschiedene Klassen wiederfinden. Und ganz konkret, wir werden heute so konkret, ihr sollt nachher in einem größeren Klassendiagramm diese drei Klassen markieren, die diesem Entwurfsmuster entsprechen. Also wir werden das nachher auch mal durchführen. Was machen diese drei Klassen? Es gibt die zwei Klassen, die ein inkompatibles Interface haben, nämlich Adaptive und Target. Target ist das, wo ich sozusagen hin möchte, ich möchte zu meiner Anwendung, die irgendwie Methoden aufruft, gibt es eine gewisse Schnittstelle und das ist quasi Target für uns. Das ist also eine Klasse, die sagt, ja, hier soll die Methode Request heißen. Und jetzt habe ich Code, den ich wiederverwenden will und in dem heißt das allerdings Specific Request. Und diese Lösung darf man jetzt nicht so verstehen, es muss genau eine Methode Request heißen und eine geben die Specific Request, das sind jetzt nur Platzhalter. Das können verschiedene Methoden sein. Es kann auch sein, dass es in dem Target drei Methoden gibt und zwei Felder und in dem Adaptive gibt es irgendwie fünf Methoden. Das soll eher verdeutlichen, da gibt es zwei Sachen, die passen irgendwie nicht zusammen. Um die beiden zusammenzubringen, das heißt typischerweise, ja, in einer konkreten Anwendung kann man irgendwie das schon als Klasse vorliegen und das schon als Klasse, wo es eben nicht Target und Adaptive heißen, sondern irgendwas, was sich aus der Domäne ergibt. Und wir fügen eine Klasse dazwischen ein und diese Klasse erbt von Target, das heißt, die erfüllt diese Schnittstelle und die hat ein Feld von dem Objekt Adaptive und an das werden quasi die Anfragen weitererleitet. Das heißt, wenn ich mich diese Request-Methode hier aufrufe, wird intern einfach auf das Feld Adaptive zugegriffen und dann Specific Request aufgerufen. Das sieht jetzt relativ simpel aus, ist allerdings, oder, gut, ich kommentiere gleich nochmal, was ich mit simpel meine, wir kommen gleich noch zu schwereren Entwurfsmustern. Man könnte sich jetzt fragen, was soll das? Okay, das ist jetzt eine Lösung und die führt eine Klasse ein. Aber es ist entscheidend, wie die Klasse eingeführt wird. Nämlich genau diese Verbindung, dass ich an der einen Stelle eine Vererbungsbeziehung habe und an der anderen Stelle eine Assoziation, wo ich quasi ein Feld abspeichere und dann auf diese Methode zugreife. Das ist quasi der Lösungsvorschlag, besteht nicht nur darin, eine Klasse hinzuzufügen, sondern an dieser Vererbungsbeziehung und an dieser Verbindung von Adapter und Adaptive. Gut, ein Hinweis noch. Wenn ihr jetzt sagt, das ist aber schwer zu folgen und ich kann mir das alles nicht so richtig vorstellen, das ist die schwerste Vorlesung, wird das heute. Und zwar deswegen, weil es ganz viele Sachen gibt, die man irgendwie schon so grob verstanden haben muss, um das nächste Level zu verstehen. Das eine ist, man muss ein bisschen Verständnis für objektorientierte Programmierung haben. Dann objektorientierter Entwurf, was wir in der Vorlesung mit Klassendiagrammen im Prinzip schon versucht haben, was ihr auch in der Übung teilweise noch macht oder schon gemacht habt. Und darüber stehen Entwurfsmustern, wir denken jetzt über generische Probleme und generische Lösungen nach. Das ist schwer, das heißt, nicht kritisch, wenn ihr jetzt nicht überall folgen könnt, es gibt nachher Interaktionen, wo ihr die Sachen, wo ihr euch austauschen könnt und gegenseitig auch Fragen stellen könnt und uns auch nochmal Fragen stellen könnt. Gut, gibt es trotzdem schon Fragen dazu? Gut, dann hangeln wir uns jetzt weiter. Da haben wir noch zwei Pattern, die zu den Strukturpattern zählen, nämlich als nächstes das Composite Pattern. Was sagt das Composite Pattern? Ich lasse euch erstmal kurz lesen, was das eigentliche Problem ist, was wir adressieren wollen. Gut, wir haben relativ häufig im Softwareentwurf eine Situation, wo wir irgendwie größere Dinge haben und kleinere Dinge haben und die kleineren Dinge wollen wir manchmal genauso behandeln wie die größeren Dinge und nicht jedes Mal eine Fallunterscheidung machen. So ein Beispiel kann sein, ihr habt eine grafische Benutzeroberfläche und in der grafischen Benutzeroberfläche gibt es sowas wie ein Panel. Ein Panel ist erstmal nur eine Fläche, auf die ich irgendwas zeichnen kann. Dann gibt es ein Label, dann gibt es ein Button, dann gibt es ein Textfeld und an irgendeiner Stelle wollt ihr halt sagen, ja jetzt zeichne dich bitte und an der Stelle ist mir egal, ob das ein Panel ist oder ein Label oder ein Button, sonst soll sie sich einfach zeichnen. Vielleicht an einer anderen Stelle, wir wollen die irgendwo erstellen und wollen über die drüber gehen, wir wollen zum Beispiel sagen, naja, bevor die GUI gezeichnet wird, soll das Layouting passieren. Dann möchte ich das einmal aufrufen und zwar auf dem Panel zum Beispiel und dann leitet das Panel die Anfragen weiter an seine Kinder, berechnet seine Minimalgröße zum Beispiel und dann wird es angezeigt. Gut, was wir also vermeiden wollen, sind Fallunterscheidungen und zwar Fallunterscheidungen an jeder Stelle im Code, wo ein solches Objekt auftauchen kann, dass wir sagen können, habe ich jetzt ein Button, habe ich da ein Label, habe ich da ein Feld und um diese Fallunterscheidungen nicht an jeder Stelle im Code einführen zu müssen, wo wir irgendwie über diese Objekte sprechen, wollen wir mit abstrakten Klassen arbeiten. So, ein wichtiges Stichwort noch hier, wo haben wir von das große Ganze und Teile in Form von Klassendiagrammen, haben wir davon schon mal gesprochen, erinnert sich noch jemand? Also, dass es ja irgendwie Klassen gibt, die eher für das große Ganze stehen und dann gibt es eher welche, die aus Teilen bestehen. Wo ist uns das schon mal begegnet bei Klassendiagrammen? Vielleicht erinnert ihr euch mit dem Beispiel, da hat man gesagt, es gibt so einen Hörsaal und der Hörsaal hat vielleicht Wände oder ein Gebäude hat Räume, Räume haben Wände. Da haben wir irgendwie ein größeres Ganzes und wir haben kleinere Teile. Wo haben wir das verwendet als Beispiel? Ja. Ja, Vererbung meinte ich jetzt nicht, aber ist dicht dran. Ja. Genau, da hatten wir immer so Rauten drin in den Klassendiagrammen und die standen entweder für Aggregation oder Komposition und tatsächlich werden wir das jetzt in diesem Entwurfsmuster auch wiederfinden. Das ist jetzt ein Beispiel noch, ein weiteres Beispiel, wie wir das einsetzen und zwar finden wir hier eine solche Raute. Und wir können mal gucken, diese Raute hier, die steht für eine Aggregation und eine Aggregation bedeutet, an der Stelle, wo die Raute ist, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich es nicht verkehrt rum erzähle, genau, an der Stelle, wo die Raute ist, ist sozusagen das Größere und hier oben befindet sich irgendwas, was kleiner ist, was Teil davon ist. Also dieses große Ganze oder Teile, diese Beziehung, die finden wir hier jetzt auch wieder, in dem es hier eine solche Aggregation gibt. Gut, aber jetzt erstmal, was passiert hier eigentlich und tatsächlich auch der Tipp mit Vererbung ganz gut, denn das nutzen wir hier auch für das Entwurfsmuster, nämlich es gibt irgendwie Blätter, das sind sozusagen primitive Elemente, die bestehen aus nichts Weiterem, sondern das wäre jetzt zum Beispiel so ein Button oder ein Feld, wo ich irgendwie ein Textfeld, wo ich was eintragen kann und dann habe ich ein Composite, das kann jetzt ein Label sein, das kann, wenn ich irgendwie so eine Umgebung habe, wo ich mehrere Tabs habe, dann kann das eben so eine Reiter sein, irgendwas, was an sich selbst wieder aus verschiedenen Teilen bestehen kann. So, und jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, dann habe ich halt das Zusammengesetzte, wie zum Beispiel ein Panel und das Panel besteht aus Buttons. So, und dann könnte ich jetzt sagen, naja, dann mache ich diese Aggregationsbeziehung zwischen den beiden, aber dann kann ein Panel immer nur Buttons enthalten und das wäre ja relativ einschränkend. Und vor allem ist dann die Frage, was passiert in der Zukunft, wenn ich ein neues grafisches Element hinzufüge, ja, vielleicht gibt es schon eckige Checkboxen und ich möchte noch Radio Buttons hinzufügen, das sind diese Runden und deuten typischerweise an, dass ich nur eine Einfachauswahl erlaube. So, wenn ich jetzt so ein neues grafisches Element hinzufüge als Leaf, dann muss ich das jedes Mal dem Composite Element wie dem Panel und allen anderen beibringen und müsste überall Fallunterscheidungen machen. Und deswegen die Idee, naja, wir bilden einfach eine Abstraktion, die über dem Beiden steht. Die heißt jetzt hier Komponente, in einer konkreten Anwendung kann hier Button stehen, da kann irgendwie grafisches Element stehen und hier kann Panel stehen und das ist eine abstrakte Klasse. Die Idee ist, dass man das nicht selbst irgendwie instanzieren kann, sondern man soll sich immer entscheiden, ob man entweder ein Leaf oder ein Composite erzeugt. Jetzt haben die ja verschiedene Operationen, also zum Beispiel irgendeine Operation, die jetzt bei dem Beispiel mit der grafischen Benutzwerberfläche könnte das Zeichnen sein oder Minimalgröße der GUI berechnen. Das können also gewisse Motoden sein. Was ich allerdings auch typischerweise habe, ist, dass ich mir die Kinder zurückgeben lassen kann. Im Panel kann ich halt fragen, was sind deine untergeordneten Elemente und dann kann ich mir die alle zurückliefern lassen. Gut, und jetzt ist so ein bisschen die ÖWC-ID, dass quasi hier drin dann es Leafs gibt, also quasi Blätter in dieser Struktur, wo es quasi nicht weitergeht, die aber noch diese Get-Chilled-Wil-Methode haben und die haben einfach eine Implementierung, wo sie sagen, es ist die leere Liste, es gibt keine Kinder und das ist quasi der Trick. Aber so muss ich nicht an jeder Stelle eine Fallunterscheidung machen, gibt es Kinder oder nicht. Man muss auch nicht immer eine Fallunterscheidung machen zwischen Leafs und Composites. Gut, was haben wir damit geschaffen? An jeder Stelle im Code, wo wir irgendwie mal ein Button haben können oder ein Label oder ein Panel, können wir jetzt einfach nur eine Variable vom Typ Component anlegen. Und an irgendeiner Stelle wird dieser Variable im Wert zugewiesen und ich kann an jeder Stelle im Code leicht damit umgehen. Ich kann entweder Operationen aufrufen, wie ich zeichne das Element oder auch gib mir die Kinder zurück. Gut, jetzt vielleicht noch einen Hinweis, hier sind wir noch ein bisschen spezifischer und zwar sagt hier das Composite-Element, dass wir quasi die Kinder abspeichern und es können eben beliebig viele Kinder sein. Ich kann auch ein Panel anlegen und in dem Panel ist erstmal vielleicht noch nichts drin und ich möchte später was hinzufügen. Ein Panel braucht nicht zwingend Inhalt, das heißt deswegen der Stern hier. und jedes Composite-Element hat allerdings nur eine solche Liste von Kindern und jede Komponente sollte eben auch nur in einem solchen Composite-Element sein. Und das ist wichtig, damit das nachher so ein Baum wird und deswegen nochmal dieser Begriff auf die Hierarchie. Sonst wäre es irgendwie schwierig, wenn ein Button gleichzeitig in dem Panel drin sein kann und in einem anderen und deswegen ist die Eins hier wichtig, dass ein einzelnes Element, egal welches das ist, kann immer nur ein übergeordnetes Element haben. Gut, gibt es hier noch Fragen? Gut, ansonsten können wir die gleich noch klären, weil bei der nächsten interaktiven Aufgabe sollte was machen mit dem Composite-Pattern. Gut, dann das Decorator-Pattern und das ist jetzt das letzte strukturelle Pattern, was wir hier besprechen wollen in der Vorlesung. Und zwar lasse ich euch erst wieder die Motivation lesen. Gut, vielleicht erst mal zum Namen. Das heißt Decorator-Pattern und umgangssprachig wird auch oft der Begriff Wrapper benutzt. Das ist relativ ungünstig, weil der Name Wrapper ist überbelegt. Der referenziert einfach viele verschiedene Patterns, deswegen sollte man das meiden und in dem eingangs genannten Game of 4-Book ist das eben auch als Decorator-Pattern und nicht als Wrapper bezeichnet. Gut, also wenn euch irgendwann jemand sagt, ja, lasst uns doch da einen Wrapper nutzen, dann müsst ihr immer erst mal nachfragen, welchen Wrapper, was meinst du eigentlich, weil es dann natürlich schnell zu Missverständnissen kommen kann. Gut, was ist das Problem? Ich habe irgendwie ein Objekt, wir haben Klassen, die beschreiben Objekte, die Objekte liegen irgendwo im Speicher und ich möchte irgendwann zur Laufzeit, während das Programm läuft, sagen, das Objekt soll sich jetzt aber mal noch anders verhalten. Und was man jetzt machen könnte, ist jedes Mal, wenn man das Verhalten von so einem Objekt irgendwie ändern will, dann erstellt man eine Subklasse oder erstellt einfach generell eine neue Klasse, die dieses Verhalten von dem eigentlichen Objekt nimmt und irgendwie verändert und dann mehr Verhalten gibt. Das Problem ist, dass wir damit ein Objekt, was schon im Speicher liegt, während der Laufzeit, dass wir das nicht mehr umwandeln können, so einfach in ein anderes Objekt. Dann müsste man immer ein neues Objekt anlegen und müssten irgendwie den bisherigen Zustand von dem Objekt übertragen. Gut, ein anderes Problem ist noch, wenn wir jetzt nicht nur ein Verhalten hinzufügen wollen, sondern mehrere verschiedene Arten und das sehen wir gleich an einem Beispiel, dann passiert es, dass wir tatsächlich alle möglichen Kombinationen von Verhalten für jedes eine extra Klasse brauchen und dass uns das dann explodiert. Weil wir dann mit jedem zusätzlichen Verhalten müssen wir einmal mit und einmal ohne das Verhalten für jede der bestehenden Klassen das implementieren. Gut, hier machen wir es mal andersrum. Und zwar gucken wir erst auf das Beispiel drauf, hier gleich ist ein Beispiel und dann die generische Lösung. und zwar findet ihr das Decorator-Pattern in Java und wer möchte, kann sich auch die konkreten Klassen dazu angucken, indem ihr oben auf den Link klickt im Handout. Das gibt es in Java schon sehr lang so, also auch schon früheren Java-Versionen. Hier ist jetzt einfach mal 21 verlinkt. Gut, was passiert hier? Ich kann in Java, gibt es gewisse Klassen, mit denen ich Sachen einlesen kann. Und das nennt sich Input-Stream, das nennt sich Stream, weil es quasi so Zeichen für Zeichen einfach irgendwie kommt und was diese Einheit ist, Zeichen oder Zeilen oder bestimmte Elemente kommen halt nach und nach an. Input steht dafür, dass wir irgendwas einlesen. Ich lese zum Beispiel was von der Kommandozeile ein oder ich lese was aus einer Datei ein. Und jetzt haben wir hier schon das Beispiel, ich kann eine Datei einlesen und dann heißt der Stream, der das machen kann, der heißt Fall-Input-Stream. So, das ist aber nicht der Einzelne, den es gibt. Es gibt auch einen Byte-Array-Input-Stream. Dem kann ich ein Byte-Array übergeben und kann dann aus diesem Byte-Array einlesen. Und das Schöne ist, das kann ich mit den gleichen Methoden machen, egal ob das eine Datei ist, ob das von der Konsole kommt, ob das aus dem Byte-Array kommt. Ich kann das immer gleich behandeln. Das heißt, in meinem Code benutze ich idealerweise einfach nur die Klasse Input-Stream, lege mir davon eine Variable an und an einer Stelle muss ich mal festlegen, wo die Daten herkommen, ob von der Kommandozeile, aus einer Datei oder aus einem Byte-Array und dann kann ich das quasi einlesen. Das heißt, das ist für uns eine Klasse, die wir quasi benutzen können und zu der wollen wir aber noch Verhalten hinzufügen. So, jetzt mal hier zwei Sachen, die es jetzt hier gibt. Das eine ist Buffered Input-Stream. Wenn man irgendwas liest von der Platte, also von der Festplatte, einliest von einer gewissen Datei, dann hat das typischerweise, braucht das einfach mehr Zeit, als wenn ich was aus dem Speicher direkt einlese. Das liegt an der Computerarchitektur und das ist besser geworden dank SSDs statt HDDs. Aber trotzdem haben wir noch einen Riesengap, wie schnell ein Speicherzug funktioniert, wenn das schon im Speicher vorliegt, im RAM, oder wie schnell es geht, wenn das auf der Festplatte liegt. Gut, um das zu überbrücken, kann man sich einen Puffer überlegen. Das heißt, ich lese nicht immer nur jedes Zeichen ein oder jede Zeile, wenn ich das gerade anfrage, sondern ich puffere schon ein bisschen was, ich lese schon ein bisschen was voraus. So, und so funktioniert der Buffered Input Stream und das Interessante ist, diesen Puffer, das quasi mehr eingelesen wird, als man eigentlich in dem Moment braucht, wenn man jetzt jedes Byte, jede 32-Bit-Sequenz oder 64-Bit-Sequenz einzeln von der Festplatte liest, wäre das unglaublich aufwendig und würde lange dauern. Das heißt, man kann es einfach schneller machen, indem man sagt, das ist ein Buffered Input Stream und dann lege ich ein Objekt an vom Typ Buffered Input Stream und übergebe dem ein anderes Objekt, das heißt File Input Stream. Und jetzt aber das Schöne an der Implementierung, ich muss jetzt nicht für das Byte Array und um von der Kommandozeile einzulesen, muss ich nicht jeweils den Puffer implementieren, sondern das mache ich nur einmal, basierend auf diesem Interface des Input Streams. Gut, und dann gibt es noch den Pushback Input Stream. Was der macht, ist, dass man manchmal sagen kann, ich habe jetzt was eingelesen, aber das war vielleicht irgendwie ein Zeilenumbruch und danach habe ich noch was eingelesen, ich möchte vielleicht Teile wieder zurückpacken und möchte erst später einlesen. Und das macht der sogenannte Pushback Input Stream. Und wen es interessiert, könnt ihr gucken, da gibt es noch viel mehr solcher Klassen wie File Input Stream und noch viel mehr wie diese Decorator hier unten. Das Interessante ist, wir müssen eben nicht eine Subklasse unter File Input Stream für Puffer machen, für Pushback und für die Kombination von Puffer und Pushback, sondern wir erzeugen bloß jede Klasse für jedes Verhalten, das wir haben wollen, nämlich nur einmal für den Puffer. Gut, ein Hinweis noch, auch hier haben wir wieder eine Aggregation drin, also der Filter Input Stream, der braucht eben einen Input Stream, auf dem er operiert und deswegen hat man eben hier noch so eine extra Klasse eingeführt, es könnte auch der Buffered Input Stream direkt vom Input Stream erben, aber darum kümmert sich der Filter Input Stream, der hat eben dann ein Feld vom Typ Input Stream und dann wird erstmal alles weitergeleitet und der Buffered Input Stream kann eben entscheiden, welche Methoden jetzt wirklich überschrieben werden müssen, um das umzusetzen. Es kann zum Beispiel sein, der Pushback Input Stream muss vielleicht gar nicht jede Methode überschreiben, die wir in einem Input Stream haben. Gut, jetzt nochmal etwas abstrakter, was hat das jetzt mit dem Decorator Pattern zu tun? Naja, wir haben irgendwas, irgendwelche Komponenten, die wir in unserer Implementierung schon haben. Das sind Klassen, die wir typischerweise schon vorliegen haben, wenn das Problem besteht, dass wir Verhalten hinzufügen wollen. Dann haben wir unser Verhalten, das wir hinzufügen wollen, das sind hier Concrete Decorator A und Concrete Decorator B. Das ist irgendwie Verhalten, das wollen wir zu dieser Klasse Concrete Component hinzufügen. So, und um jetzt zu unterscheiden zwischen konkreten Komponenten, also irgendwas, was es direkt schon gibt in der Implementierung, wie eben den File Input Stream und einer gemeinsamen Superklasse, weil wir brauchen irgendwie eine gemeinsame Superklasse, nennt man das hier eben Component. Gut, das ist wieder eine abstrakte Klasse. Wir wollen nicht, dass Component irgendwo später mal als Objekt im Schweicher rumfliegt, deswegen machen wir die abstrakt. Das kann keiner ein Objekt erzeugen vom Typ Component, aber ich kann in meinem Code jetzt irgendwo eine Variable vom Typ Component anlegen und es ist egal, ob da ein Concrete Component drin liegt als Objekt in der Variable oder ein Concrete Decorator. Gut, und das, was ich eben schon angedeutet hatte, jetzt könnten Concrete Decorator auch direkt in der Component hängen, aber hier ist es nochmal aufgespalt und das seht ihr auch, wenn ihr da in das Java-Beispiel reinguckt. Es gibt eben noch diesen Filter Input Stream und ihr könnt euch den für Java auch angucken und die Implementierung angucken, was also hier drin alles schon implementiert werden kann, sodass man es hier bei jedem einzelnen Decorator nicht mehr implementieren muss. Gut, auch hier nochmal etwas detaillierter, jede Komponente sollte wieder nur Teil von einem Decorator sein und jeder Decorator hat eine Liste von Komponenten, die damit dekoriert werden. Gut, damit haben wir verschiedene Entwurfsmuster hier besprochen im Schnelldurchlauf und ihr solltet das jetzt gleich nochmal ein bisschen verfestigen, indem wir uns ein Pattern hernehmen, was er nochmal ein bisschen im Detail diskutiert und hier eben die Idee, ihr habt jetzt drei Pattern kennengelernt, die alle irgendwie mit Struktur zusammenhängen. Das heißt, das Problem, was man hat beim Entwurf, hängt damit zusammen, wie sollte ich Klassen aufteilen, welche Klassen sollten vielleicht von welchen erben, das betrifft die Struktur und wir haben hier sehen, dass teilweise beim Object, also dass es relativ simpel ist, so nach dem Motto, füge einfach eine Klasse hinzu, erbe von der einen Klasse und habe ein Feld zu der anderen Klasse, was sozusagen so das Simpelste ist, was man sich dann vorstellen kann für die Struktur und Composite und Decorator, die schon etwas komplizierter sind. Gut, die Idee ist, dass ihr jetzt wieder in Gruppen was zusammen macht und zwar solltet ihr ein bisschen diskutieren und bevor wir dazu kommen, kurzes Handzeichen bitte, wer von euch hat das Praktikum jetzt parallel in diesem Semester gemacht und nochmal die Gegenfrage, wer hat es jetzt nicht parallel gemacht, das Praktikum, das sind ein paar Handmeldungen, ich würde mal im Schnelldurchlauf einen Taschenrechner vorstellen, das ist jetzt für euch dann relativ neu, wenn die das Praktikum jetzt nicht gemacht haben und für die anderen kurz zur Erinnerung. Das hier ist eine Taschenrechneranwendung, die ist relativ simpel, die hat einen Taschenrechner und der Taschenrechner hat eine Addition und die Addition ist immer eine Addition von zwei Werten. Was aber tatsächlich jetzt nicht geht, ist eine Addition von einer Addition von Werten zu haben oder überhaupt andere Optionen, Operationen und was wir dann gemacht haben, so mehr oder weniger in der Taschenrechneranwendung, ist, wir haben eine neue Klasse hinzugefügt. Es gibt einfach mehr Operationen, ein Taschenrechner typischerweise nicht nur eine Rechenoperation, sondern mehrere, hier jetzt mal stellvertretend die Multiplikation. Hier wurde Vererbung hinzugefügt, damit man nicht an jeder Stelle im Quelltext unterscheiden muss zwischen der Subtraktion, der Addition und der Multiplikation, aber das hat noch nichts mit dem Entwurfsmuster zu tun, sondern es ist einfach der Einsatz von Vererbung. Das ist schon mal eine Sache, was relativ schwer zu verstehen ist, wann ist es einfach Vererbung, wann ist es einfach Objektorientierung und wann ist es ein Entwurfsmuster. Gut, dann kann man sich überlegen, wir wollen vielleicht nicht nur eine einzelne Addition haben, sondern wir wollen vielleicht eine Addition von einer Addition, von einer Multiplikation haben oder komplexere Ausdrücke und was man dafür machen kann, ist zu sagen, naja, eine Addition kennt nicht genau einen Value, sondern eine Addition kennt selbst wieder eine Expression. Das heißt, eine Addition ist ein Plus und links und rechts davon, die Kinder sind wiederum beliebiger Ausdrücke. Gut, was wir hier auch machen können, ist diese Integer-Klasse irgendwie wieder zu verwenden, ja, irgendwie das Value ist irgendwie komisch, warum soll man dafür selber was implementieren, es gibt ja schon Klassen, mit denen man Werte abspeichern kann, zum Beispiel ein Integer oder ein Double. Gut, und hier sehen wir jetzt, dass quasi der Integer wird hier benutzt, ich kann ein Integer unter einer Addition hängen, aber das kann ich eben nicht direkt, weil ein Integer nicht die Evaluate-Methode und die Compute-Equation-Methode hat, weil ein Integer vielleicht andere Methoden hat, muss ich hier so ein Zwischenobjekt einbauen. Gut, und hier haben wir noch eine Besonderheit, dass man jetzt überlegen kann, im Praktikum hatten wir, oder auch in der Vorlesung hier hatten wir mal irgendwann das Beispiel mit dem 1 plus 2 mal 3 und je nachdem, wie man das klammert, kommt man halt bei dem einen oder dem anderen Ergebnis raus und dann kann man jetzt sagen, ich füge einfach immer Klammern ein und wenn man sagt, ich füge nur dann Klammern ein, wenn ich sie auch brauche, dann gibt es eine relativ komplexe Logik und in euren Implementierungen und Praktikum haben wir gesehen, das habt ihr meist gemacht oder einige haben das gemacht, das war die optionale Aufgabe am Ende, wenn man das allerdings macht, dann ist es relativ schwierig, wenn man ein bisschen der Logik steht in der Addition, ein bisschen steht in der Multiplikation, eigentlich will man das an einer Stelle zusammen haben und das kann man eben so machen, indem man hier so eine Extraklasse anlegt und die erkennt einfach anhand von dem, was drüber geordnet ist und an dem, was drunter ist in den Kindern, erkennt die, ob solche Klammern gebraucht werden oder nicht. Gut, dann haben wir vielleicht, und das ist etwas weiter gesponnen, haben wir vielleicht auch Logging, wir wollen irgendwie manchmal Debug-Ausgaben machen, wenn wir das Programm testen und die wollen wir aber nicht im realen System haben, das heißt, wir wollen die einfach abschalten können oder mal auf die Kommandozeile leiten und mal eine Textdatei umschaltbar zu machen, ist eben praktisch eine extra Klasse zu nehmen, aber dann wollen wir natürlich, dass es dieses Objekt nachher auch nur einmal gibt, diese Logger-Klasse. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück und dann kann man sich noch überlegen, ja, wäre jetzt schön, wenn der Taschenrechner auch mal unterschiedliche Stile hat vom Layout, zum Beispiel irgendwie in Dark-Mode und Light-Mode oder irgendwie größere Schrift für bessere Lesbarkeit, dann kann man sich eben überlegen, dann muss irgendwie was mit den Labels und Buttons passieren, also mit allem, was irgendwie Text hat, was irgendwie Farben repräsentiert in der GUI und das möchte man vielleicht auch austauschbar haben und nicht an jeder Stelle, wo man irgendwas Neues hinzufügt, dann das austauschen können. Das war jetzt nochmal etwas ausführlicher, aber wir nutzen das als laufendes Beispiel durch die ganze Vorlesung und für diejenigen, die eben das Praktikum nicht hatten, war es nochmal eine kleine, kurze Einführung in diesen Taschenrechner und für die anderen war es eine kleine Erinnerung an den Taschenrechner, ihr könnt auch einfach über eure eigene Implementierung nachdenken. Die Frage für euch ist jetzt, und wir nehmen uns da jetzt so drei bis fünf Minuten, dass ihr mal diskutiert, wo könnte man das Composite Pattern in der Taschenrechneranwendung anwenden, wo könnt ihr das da verwenden, seht ihr das da schon irgendwo, gibt es vielleicht Erweiterungen, die euch überlegen können, ihr könnt auch über euren eigenen Taschenrechner da nachdenken, vielleicht seht ihr aber auch hier in diesem Schaubild was und hier ist für euch nochmal zur Erinnerung das Composite Pattern dargestellt. Gibt es dazu Fragen? Gut, dann gern, wenn noch Fragen zwischendurch sind, einfach melden, ansonsten nehmen wir uns jetzt so drei bis fünf Minuten dafür. Gut, gibt es eine Gruppe, die noch Zeit braucht? Das ist nicht der Fall, dann lasst uns weitermachen. und tatsächlich können wir jetzt da sogar mehr oder weniger eine Auflösung machen. Also es gibt sicherlich mehrere Sachen, wo man irgendwie in so einem Taschenrechner das Entwurfsmuster Composite Pattern anwenden kann. Eine Sache wäre das, was ich immer vorhin als laufendes Beispiel hatte. Ich habe immer von einem Panel und von Buttons und Labels und so weiter gesprochen und da kann man das einsetzen. Tatsächlich in dem Klassendiagramm sehen wir das allerdings auch schon und es war vielleicht jetzt relativ naheliegend, wenn ihr das implementiert habt, aber wenn man jetzt so das erste Mal draufguckt, auf das Klassendiagramm vielleicht noch nicht. Und das Schöne ist, dass es in UML eine Notation gibt, mit der wir Klassendiagramme kenntlich machen können. So, da muss ich ein bisschen recherchieren, das ist auch neu jetzt in der Vorlesungsiteration, das hatten wir sonst noch nicht drin in der Vorlesung. Und zwar ist das das Composite Pattern, finden wir hier an der folgenden Stelle, was wir jetzt machen ist, wir tragen so eine Ellipse ein und die Ellipse ist gestrichelt. Eine gestrichelte Ellipse hatten wir auch bisher noch nicht, das heißt, die können wir nicht mit irgendwas anderem verwechseln, was wir schon im anderen Diagramm gesehen haben, was am nächsten dran ist, irgendwie ein Use Case aus einem Use Case Diagramm, aber dann wäre es durchgezogen. Das heißt, es ist eine neue Notation und die steht eben dafür, dass hier kann irgendwas drinstehen, bei uns ist es jetzt immer ein Entwurfsmuster, in UML können da noch andere Sachen drinstehen und das, was hier drinsteht, in dem arbeiten, das ist eine Kollaboration, so arbeiten verschiedene Klassen zusammen. Und an der Stelle schreiben wir jetzt quasi Composite Pattern rein, wir haben das Composite Pattern gefunden oder wir wollen das umsetzen oder je nachdem, was wir gerade modellieren wollen, ob wir die Lösung vorher modellieren wollen oder im Nachhinein quasi modellieren wollen, was wir umgesetzt haben und jetzt können wir die Rollen kenntlich machen und das ist jetzt vielleicht nochmal interessant, wie die Notation quasi aussieht und zwar man hat gestrichelte Kanten zu allen Klassen, die damit zu tun haben. Manche Gruppen brauchen doch noch Zeit, das zu verarbeiten. Und wir sehen hier, dass quasi die Rolle der Komponente übernimmt die Expression an der Stelle. Also wir haben in dem Beispiel eine Expression und das ist die Komponente, die hier oben steht. Wir haben aber auch noch Leave und Composite und wir erkennen hier an diesen Beschriftungen von diesen Kanten, dass quasi Value ist das Leave oder das Blatt in dem Composite Pattern, wohingegen Addition, Multiplikation und necessary brackets sind jeweils Composite, die haben jeweils noch Kinder. Also wenn ich irgendwie sage, ich habe hier diese Klasse und die soll jetzt, wenn nötig, noch Klammern hinzufügen, dann hat die noch ein weiteres Kind, mindestens eine Expression, die nämlich da drinsteht, noch eine Addition oder Multiplikation. Wenn ich eine Addition habe, dann hat die links und rechts noch irgendwie Kinder, das können Values sein, es kann auch links ein Value stehen und rechts eine Multiplikation. Ja, das heißt, das sind auch Composite Elemente, die sich aus mehr Sachen zusammensetzen. Und auch das sehen wir wieder an der Aggregation, der Composite. Da kann ein bisschen viel gleichzeitig reden. Ihr könnt gleich wieder reden, es kommt gleich die nächste Interaktion. Und beim Composite sehen wir sozusagen immer, dass es da jetzt Kinder gibt und die Aggregation finden wir auch hier wieder. Die Addition, die Multiplikation und die necessary brackets haben diese Aggregation. Das heißt, das kann einem helfen, das da wiederzufinden. Gut, und was für euch wichtig ist, dass ihr euch diese Notation einprägt, weil die werdet ihr dann nachher noch brauchen und die steht nicht in eurem Handout. Die müsst ihr jetzt nachher aus dem Kopf zeichnen. Ja, aber im Wesentlichen, es ist das Entwurfsmuster, den Namen schreiben wir in so eine Ellipse rein, die ist gestrichelt. Und dann haben wir eben Komponente, Leave und Composite, das sind die Rollen in dem Entwurfsmuster. Und die müssen wir quasi hier dran schreiben, damit man erkennt, eine Klasse gehört zu diesem Entwurfsmuster, aber welche Rolle nimmt es da drin ein? Gibt es Fragen zu dieser Notation? Ja. Genau. Die Frage ist jetzt, kann es in dem Composite-Pattern mehrere Leaves geben? und das ist eine sehr gute Frage, weil, was ich da auch noch nicht so richtig verdeutlicht habe bisher, ist, Entwurfsmuster heißt immer, das ist so eine Art Schablone, die kann ich irgendwie anwenden, aber es kann in meiner Anwendung immer anders aussehen. Und was wir jetzt in dem Beispiel schon sehen, ist, es gibt nicht nur einen Composite, in dem Beispiel mit der GUI war das vorhin immer mein Panel, ich habe so ein Panel und das kann verschiedene grafische Elemente irgendwie strukturieren, sondern wir haben hier Addition, Multiplikation und Necessary Brackets. All das sind Composites. Und genauso kann ich auch mehrere Leaves haben, in dem Beispiel, was ich vorhin immer hatte, waren das Label und Button und Textfeld. Ich kann also mehrere Leaves haben, mehrere Composites oder irgendwie geartete Kombinationen davon. Dankeschön für die Frage. Gibt es noch mehr Fragen? Gut, dann machen wir weiter mit der Vorlesung. Dann, ihr sollt auch die anderen Pattern-Arten noch kennenlernen und am Ende von dem Teil sollt ihr selbst auf diesen Handouts, die wir euch gleich verteilen werden, sollt ihr mal Pattern markieren. Das heißt, es lohnt sich jetzt aufzupassen und zu überlegen, mitzudenken und zu überlegen, welche Patterns wir hier besprechen. Gut, also Strukturpatterns haben wir jetzt besprochen, die haben wir jetzt abgehakt. Wir wollen uns jetzt Verhaltenspatterns angucken und da gucken wir uns zwei Patterns an, die heißen Abstract Factory und das Singleton Pattern und die sind tatsächlich, deswegen auch so gezeichnet, zwei Einheiten in einem Spektrum. Das Singleton Pattern ist das leichteste Pattern, was es überhaupt irgendwie gibt, aber auch von den Verhaltenspattern und das Abstract Factory Pattern ist das, zumindest nach meinem Kenntnisstand, das komplexeste Pattern, was es irgendwie gibt, aber deswegen auch eins, was wir uns hier mal angucken wollen. Gut, das Singleton Pattern. Hier ist die Beschreibung relativ kurz, dann nehme ich euch gleich mal mit. die Idee ist, ich möchte für eine gewisse Klasse sicherstellen, dass es davon nur genau ein Objekt später im Speicher gibt. Das kann manchmal sinnvoll sein, weil man vielleicht einfach Speicherplatz sparen will und ich möchte, dass bestimmte Objekte mehrfach vorliegen, obwohl man die nur einmal braucht und es kann vielleicht auch sinnvoll sein, weil es ansonsten irgendwelchen unkontrollierten Zugriff gibt, wenn man, wenn ihr euch überlegt, ihr habt eine gewisse Datei und in diese Datei schreibt ihr was rein, dann wollt ihr vielleicht das sicherstellen, dass es eben nur ein Objekt gibt, was auf diese Datei schreibt gleichzeitig und nicht mehrere, weil dann kann es irgendwie Konflikte geben beim Schreiben oder Lesen. Gut, was wir, die Lösung dafür oder die Lösung für dieses Problem ist, naja, wir versuchen einfach sicherzustellen, dass ein gewisser, von einer gewissen Klasse es nur ein Objekt geben kann. Wie machen wir das? Naja, den Konstruktor, den machen wir private, und wir stellen sicher, dass der private Konstruktor quasi nur einmal ausgeführt wird. So, ich hatte schon angedeutet, es ist das kleinste Pattern, was man sich irgendwie denken kann, aber nicht nur grafisch, sondern auch, weil es nur aus einer Klasse besteht und das Entwurfsmuster bedeutet sozusagen, naja, leg einfach eine Klasse an und das Zentrale ist, dass ich einen Konstruktor habe, hier angedeutet als Singleton, weil hier oben der Klassenname Singleton steht, da steht natürlich euer spezieller Klassenname da drin, in einer konkreten Anwendung und hier steht ein Minus und das steht dafür, dass es private ist. Was heißt private? Private heißt nur zugreifbar außer, innerhalb von dieser Klasse. So, das heißt, wir haben schon mal verhindert, dass man irgendwie unkontrolliert von außen Objekte erzeugen kann, jetzt müssen wir nur noch ermöglichen, dass man überhaupt darauf zugreifen kann und dafür legen wir eine Instanzvariable an, eine Klassenvariable an, deswegen ist die auch unterstrichen hier, jetzt sehen wir das ganze Wissen von den Klassendiagrammen, brauchen wir jetzt wieder, also unterstrichen heißt ein statisches Feld, also ein Feld, was es nur einmal gibt für diese Klasse. Gut, und da legen wir also ein Objekt rein von dem Typ und jetzt haben wir, jetzt könnten wir theoretisch den Zugriff darauf erlauben, aber das nützt nicht viel, weil es kann ja niemand von außerhalb das Objekt anlegen, wir müssen also irgendwie den Zugriff kontrollieren und was man da typischerweise macht, ist eine öffentliche Methode anzulegen und diese öffentliche Methode heißt dann zum Beispiel getInstance und die liefert immer diese eine Instanz zurück und was die zum Beispiel machen kann, ist, wenn die noch nicht initialisiert wurde, wenn also noch gar kein Objekt erzeugt wurde und es wird eins angefragt, dann wird eben erst eins erzeugt und dann wird es zurückgegeben. Das heißt, was man hier eben typischerweise macht, ist hier eine Fallunterscheidung in der Methode, die guckt, wenn der Wert hier von null ist, dann legt ein neues Objekt an und gibt es zurück und wenn es schon eins gibt, dann gibt es eben einfach zurück. Aber dann kann ich eben sicherstellen, dass es nur dieses eine Objekt geben wird und genau das bekomme ich immer mit dieser getInstance-Methode. Wichtig, das Ganze funktioniert auch nur, weil das hier eine statische Methode ist, weil das hier unterstrichen ist, weil ich kann ja nicht erst ein Objekt anlegen und darauf Methoden ausführen, sondern ich kann nur Methoden auf der Klasse ausführen von außen und auch wichtig, dass es dann eben Public ist, dass ich es von überall aufrufen kann. Gut, gibt es Fragen dazu? So, ihr seht, das sieht relativ simpel aus, das ist eine Klasse, da sind drei Member drin, ein Feld und ein Constructor und eine Methode, aber es ist kritisch, wie die modelliert sind. Wenn hier der Constructor nicht private modelliert ist, dann ist das Entwurfsmuster nicht umgesetzt, dann kann ich an beliebiger Stelle irgendwie noch Objekte anlegen und dann habe ich das Single Pattern nicht so umgesetzt, wie es gedacht ist. Gut, seid ihr bereit für das komplexeste Pattern, was es gibt, zumindest nach meinem Kenntnisstand? Also, jetzt nochmal durchatmen. Was wollen wir da machen? Ich lasse euch das kurz lesen, kann ich auch nochmal durchatmen. So, ich fange mal einfach mit einem praktischen Beispiel an, weil das jetzt immer mehr Anwendungen machen, ihr habt das vielleicht gesehen, irgendwie bei so Android und iOS Apps gibt es immer mehr, die irgendwie diesen Dark Mode unterstützen. So mehr oder weniger gut, meine Wetter-App schafft es irgendwie seit anderthalb Jahren, nicht, wenn es im Dark Mode ist, auch die Schriftfarbe umzustellen, das heißt, ich habe Schwarz auf schwarzem Grund und kann dann nicht lesen, wie warm es wird. Das heißt, aber das sehen wir quasi und ihr könnt das beobachten, es gibt immer mehr Apps, die das unterstützen in Dark Mode und jetzt ist es so, wann immer ein Feld angelegt wird, wann immer ein Button angelegt wird, in der GUI müssen halt die Farben entsprechend gesetzt werden nach dem aktuellen Farbschema. Und jetzt ist das Interessante auch noch, das muss ja vielleicht sogar noch geändert werden zur Laufzeit. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist, bei iOS ist es so, dass man einstellen kann, je nach Tageszeit, ob man Dark Mode oder Light Mode hat, das ist inzwischen auch die Default-Einstellung. Das heißt, selbst eine laufende App muss das umschalten können. Das kriegt dann irgendwie so einen Befehl vom Betriebssystem und dann muss es sich umändern auf das andere, auf das Dark Theme oder das Light Theme. Gut. Jetzt haben wir aber in unserem Code typischerweise ganz viele Stellen, an denen wir irgendwie Buttons anlegen und Labels anlegen und Textfelder anlegen und Schriftarten setzen und Schriftfarben setzen. Das haben wir an ganz vielen Stellen. Und wir wollen jetzt nicht an jeder Stelle in dem Code eine Freiunterscheidung machen und sagen, wenn der Light Mode ist, dann nutze das, wenn der Dark Mode ist, dann nutze das. Weil das an ganz vielen Stellen eigentlich eine Sache implementieren würde, nämlich Dark Theme und Light Theme. Warum ist das schlecht? Ja, was ist, wenn sich irgendwann jemand noch ein drittes Theme überlegt? Dann fange ich wieder an und muss diese ganzen Fallunterscheidungen durchgehen und jedes Mal, wenn ich irgendwie was anlege oder irgendwas daran ändere, muss ich an all diese Stellen ran und muss da noch einen neuen Fall hinzufügen. So, deswegen, was wir also wollen, ist diese Fallunterscheidungen vermeiden, diese Case Distinctions und was machen wir dafür? Wir erzeugen einfach eine Klasse, die ist dafür da, Objekte anzulegen. So, das klingt erstmal relativ einfach, aber der Teufel steckt dann im Detail, weil wir da mehrere Sachen brauchen, damit das dann zusammen funktioniert. Im Wesentlichen erzeugen wir ein Objekt, was wir bisher nicht brauchten und dieses Objekt bekommt Methoden, um andere Objekte anzulegen. Und dadurch kann ich aber an jeder Stelle, wo ich Objekte eigentlich aus meiner Applikation, Labels, Buttons zum Beispiel, anlegen will, kann ich stattdessen das andere Objekt fragen, leg mir doch bitte diese Objekte an. Und dann kann ich dieses Objekt, was die quasi im Light Mode zum Beispiel anlegt, kann ich ganz leicht austauschen durch eins, was im Dark Mode operiert und dann muss ich bloß an einer Stelle was austauschen und nicht überall Fallunterscheidungen hinzufügen. Wie funktioniert das jetzt? Prinzipiell geht es, und das sagt die Beschreibung hier oben, um eine Familie von ähnlichen oder verwandten Objekten. Das ist relativ schwammig formuliert. Das können zum Beispiel Labels, Buttons sein, dann ist das quasi, es ist eine Familie, weil alles sind grafische Elemente, aber alle sind natürlich ein bisschen unterschiedlich und sind wirklich unterschiedliche Objekte. Da liegt nachher ein anderes Objekt im Speicher, ob ich ein Label habe oder ein Button. So, jetzt kann man sich überlegen, ich habe halt Produkt A wäre jetzt ein Label, Produkt B wäre ein Button. So, es gibt also Labels und Buttons und die wollen wir aber jetzt verändern. Wir wollen ein Label durch ein anderes Label ersetzen, wir wollen ein Button durch einen anderen Button ersetzen und deswegen gibt es, und das ist hier sozusagen als Produkt markiert, gibt es quasi eben nicht nur das Produkt A, sondern es gibt das Produkt A1 und A2 und vielleicht einmal ein Button im Light Mode und ein Button im Dark Mode. Gut, jetzt und typischerweise haben wir eben mehr als ein so ein Objekt, wir haben eben hier vielleicht eine so eine Familie von Labels, eine so eine Familie von Buttons und dann haben wir vielleicht noch Radio Buttons und Checkboxen und ähnliches. Wie viele wir dann in der Anwendung haben, ist wieder egal. Es ist eine ähnliche Diskussion wie bei dem Composite Pattern mit dem Leaf, da kann es beliebig viele geben, das ist unabhängig davon. Was wir dann machen, ist einfach mehr diese Methoden hier erzeugen. Es ist angedeutet für zwei Produkte, ich kann hier aber auch fünf Methoden hinzufügen und fünf verschiedene Produkte erzeugen. Warum heißt das jetzt Produkt und warum heißt das Ganze Factory Pattern? Warum es abstrakt heißt, sage ich gleich. Naja, die Vorstellung ist tatsächlich die von einer Fabrik. Ich habe eine Fabrik und da kann ich sagen, jetzt sollen Objekte erzeugt werden. Da kann ich am Anfang, am Eingangstor sagen, was ich haben will und dann wird das produziert und dann kommt das irgendwie wieder raus und dann habe ich das Objekt, was ich haben will. Das heißt, die Objekte, die wir erzeugen wollen, unterscheiden wir von den anderen Objekten, indem wir die Produkte nennen. Wir sagen nämlich, wir erzeugen gewisse Produkte in dieser Factory. Das heißt, die Analogie ist, deswegen sind das hier Produkte und das sind konkrete Produkte und dann haben wir hier eine gemeinsame Entsprechung mit abstrakten Produkten. Sage ich gleich nochmal was zu. Gut, und was wir jetzt aber machen wollen, eigentlich ist ja Austauschen. Wir wollen nämlich einmal die Objekte so erzeugen im Light-Mode und einmal im Dark-Mode. Damit wir das machen können, gibt es einfach zwei Factories. Das heißt, ich mache eine zum Beispiel Light-Mode-Factory und eine Dark-Mode-Factory und wenn ich halt die Create-Button-Methode aufrufe, auf der Light-Mode-Factory, kriege ich halt einen Light-Button raus und wenn ich die auf den Dark-Mode ausfülle, kriege ich halt einen Dark-Button raus. Warum brauchen wir jetzt diese verschiedenen abstrakten Klassen? Um Fallunterscheidungen zu vermeiden. Das ist relativ ähnlich, wir hatten es vorhin auch bei dem Entwurfsmuster Composite, ist eine ähnliche Motivation. Oft, wenn wir so abstrakte Klassen einführen, wollen wir damit Fallunterscheidungen vermeiden. Warum haben wir abstrakte Produkte? Irgendwo in unserer Applikation wollen wir mit Buttons arbeiten. Dann wollen wir sagen, hier wird der Button angelegt, an der Stelle wird dem Button die Größe gesetzt, an der Stelle wird dem Button gesagt, was das Label ist, was auf dem Button drauf ist. In der Taschenrechneranwendung habt ihr ein Textfeld gehabt, das Textfeld habt ihr irgendwann zurückgesetzt, wieder leer gemacht, wenn ihr Reset-Button gedrückt habt oder wenn ihr irgendeinen anderen Button gedrückt habt, wurde es vielleicht auch zurückgesetzt. Das heißt, irgendwo in unserer Applikation brauchen wir diese Objekte, diese Produkte. Und damit wir nicht jedes Mal ein Produkt vom Typ A1 abspeichern müssen und eins vom Produkt A2 macht es Sinn, eine übergeordnete Klasse zu haben und einfach nur zu sagen, ich habe jetzt hier einen Button. Und das kann eben ein Light-Button sein oder es kann ein Dark-Button sein, aber es ist mir in dem Rest der Anwendung eigentlich egal. Ich habe einen Button und ich brauche nur gewisse Methoden, ich muss dem sagen können, was hat das für ein Label der Button, was passiert, wenn ich den klicke. So, das ist der Grund, warum ich hier abstrakte Produkte habe. Warum jetzt eigentlich die abstrakte Factory? und das ist quasi, das klingt erstmal und ich glaube, man hat keine Chance, das schon am Anfang völlig zu verstehen, wenn ihr das jetzt das erste Mal hört, das klingt erstmal relativ abgefahren, aber warum jetzt Abstract Factory? Es gibt ja gewisse Stellen im Code, wo ihr jetzt ein Objekt braucht, was euch diese ganzen Produkte erstellt. Die Concrete Factory, die zum Beispiel die Light-Mode Factory sein kann. Jetzt könnt ihr euch davon von dem Typ ein Objekt anlegen und das überall benutzen und davon eine Variable anlegen. Aber ihr könnt es dann nicht leicht austauschen, weil an jeder Stelle, wo ihr auf diese Variable zugreift, kann es ja nur ein Objekt von dem Typ sein. An ganz vielen Stellen im Code habt ihr jetzt nicht mehr stehen New Button, New Light Button, New Dark Button, sondern da habt ihr stehen Concrete Factory 1 Punkt Create Product A. Was dann konkret sein könnte, Light-Mode Factory Punkt Create Button. Aber ihr wollt nicht an jeder Stelle wieder eine Fallunterscheidung machen und sagen, habe ich jetzt eine Dark Factory, habe ich eine Light Factory, sondern an der Stelle wollt ihr eine Variable haben, sodass ihr die leicht austauschen könnt und dass ihr gar nicht eine Unterscheidung machen müsst, habe ich jetzt eine Light Factory oder habe ich eine Dark Factory. Und deswegen ist es quasi eine ähnliche Begründung wie bei den Produkten. Wir haben darüber noch eine Abstraktion, das ist eine abstrakte Klasse typischerweise, könnte auch ein Interface sein und das wird überall benutzt als Feld und nur an einer Stelle, wenn man es gut löst, kann man an einer Stelle eine Fallunterscheidung machen und gucken, ist jetzt gerade vom Nutzer Dark Mode oder Light Mode aktiviert und dann kann ich an der Stelle ein passendes Objekt anlegen und ich habe ansonsten keine weiteren Fallunterscheidungen in meinem Code. Und da sehen wir nochmal der zentrale Punkt hier bei den Erklärungen war immer, wir wollen Fallunterscheidungen vermeiden. Gut, wie gesagt, das ist das komplexeste Pattern, was mir bekannt ist, ist sozusagen nicht ganz einfach zu verstehen. Vielleicht da auch nochmal der Hinweis, können wir auch nochmal rumschicken später, auch da gibt es nochmal eine andere Erklärung von mir vor ein paar Jahren und vielleicht, wenn die jetzt für euch nicht geholfen hat, könnt ihr euch die andere auch nochmal anhören, die können wir später noch verlinken. Gut, wir haben jetzt also Strukturpattern und Erzeugungspattern und wir sehen quasi die Gemeinsamkeit von dem Singleton, von dem Abstract Factory Pattern, es ging um die Erzeugung von Objekten. Beim Singleton Pattern wollten wir verhindern, dass mehr als ein Objekt erzeugt wird und bei dem Factory Pattern wollten wir, dass quasi immer Gruppen von Objekten gemeinsam erzeugt werden und dann vielleicht eine andere auch leicht umgeschaltet werden können oder andere Factories eingesetzt werden können. Und deswegen eben auch Abstract Factory, nicht Concrete Factory, das wäre theoretisch auch denkbar, aber wir wollen das eben auch leicht umschalten können. Gut, das waren jetzt nur zwei Pattern in dem Teil und wir wollen jetzt, dass ihr das Wissen anwendet. Ihr sollt nämlich in einem konkreten Beispiel versuchen, all diese Pattern wiederzufinden und zwar machen wir das wieder in Gruppen und ihr könnt jetzt, es wird wie folgt gedacht, wir haben Handouts da, sodass ihr es quasi auf dem Zettel machen könnt, wenn ihr einen Stift dabei habt und den nicht verloren habt. Wenn ihr ein Tablet da habt und irgendwie was malen könnt, könnt ihr das natürlich auch machen, deswegen würden wir es gleich so machen, dass wir zu Beginn, dass ihr euch mal kurz meldet, wenn ihr irgendwie Blätter braucht, dann gehen wir einmal kurz rum, können die austeilen, ich glaube, es sind genügend Ausdrücke, dass jeder eins kriegen kann oder sogar jeder mehrere. Die Idee ist folgendes, wir haben jetzt fünf Patterns besprochen, entweder wir sie über den Composite Pattern, was wir im letzten Teil schon aufgelöst haben und ihr sollt die jetzt grafisch mal markieren und deswegen quasi auch auf diesem Zettel ist einfach nochmal das Bild drauf, was ihr jetzt da auch seht und ihr solltet die Notation nutzen, die ich vorhin benutzt hatte, kleiner Hinweis, war irgendwas mit gestrichenen Linien und wir kommen dann mal rum und gucken mal, wie die bei euch aussehen und im Idealfall habt ihr jetzt alle Patterns hier in dem Beispiel auch irgendwo gesehen und findet die an der Stelle wieder. Gibt es Fragen zu der Aufgabe? Ein kleiner Hinweis, es ist nicht immer ganz so einfach, alle Rollen zu finden, aber dann im Zweifelsfall einfach kurz melden, wir gehen mit rum, wir können hier oder da dazu Fragen beantworten, wenn ihr nicht alle Rollen wiederfindet in den Patterns. Gut, dann nehmen wir uns dafür so lange, wie ihr braucht, das heißt, gebt uns gerne irgendwie dann Rückmeldung, wenn ihr soweit seid. Gut, also neben dem Fakt, dass das relativ schwieriges, anspruchsvolles Thema ist, Entwurfsmuster, gab es zwei Herausforderungen, die ich gesehen habe, das eine war die Notation und das andere war, die Entwurfsmuster zu verstehen. Die Profis haben sich von der Notation natürlich vorhin gleich ein Bild gemacht von dem und den anderen habe ich gerade noch ein bisschen oder haben mir jetzt noch ein bisschen geholfen. Gut, ihr seht es dann aber auch nachher auf den Folien und ich würde das jetzt einfach im Schnelldurchlauf einmal durchgehen, ihr könnt das eher auch nutzen, das, was ihr jetzt schon reingemalt habt, jetzt zu vergleichen oder auch später nochmal abzugleichen und zu gucken, wo wir denn denken, dass diese Patterns auftauchen. Gut, tatsächlich ist das ganze Beispiel dieser Taschenrechner und dieses Klassendiagramms konstruiert, um möglichst viele Entwurfsmuster in einem kleinen Diagramm darzustellen, das heißt, ein bisschen nachsehen, dass vielleicht das eine oder andere ein bisschen künstlich wirkt, aber das Ziel war eben, dass ihr in einem etwas kleineren, noch nicht so komplexen Klassenrechnerraum mal verschiedene Entwurfsmuster seht. Gut, das Object Adapter-Pattern steckt hier drin und zwar haben wir Adaptee, das ist quasi ein Objekt, das wir irgendwo benutzen wollen in einem größeren Kontext, das steckt unter Expression und quasi Expression wollen wir überall in unserem Code benutzen und wir können weder Integer verändern, weil es in der Standardbibliothek ist, wir können da nicht einfach das Interface anpassen und Expression wollen wir vielleicht nicht anpassen, weil wir das an ganz vielen Stellen im Code benutzen, es gibt schon ganz viele Additionen, Multiplikationen, ganz viele Stellen, wo das im Code aufgerufen wird und deswegen können wir uns noch einen Adapter bauen, also Value ist quasi eigentlich nur ein Adapter für Methoden, die Integer bereitstellt. Gut, was wir hier schon mal sehen, ist, dass nicht zwingend immer alle Methoden sichtbar sein müssen in dem Klassenlehrerraum. Also die Methode Request und Specific Request, die sehen wir hier vielleicht gar nicht, vielleicht gibt es dieses Request, vielleicht ist das hier die Evaluate-Methode, die quasi einen konkreten Wert ausrechnet, vielleicht ist das hier die To-Int-Methode von dem Integer oder ähnliches, aber wir müssen nicht zwingend immer alle diese Felder hier auch zeigen. Gut, dann haben wir das Decorator-Pattern und das Decorator-Pattern sehen wir hier an der Stelle bei der Klammerung, die nur da ist, wenn sie auch gebraucht wird, was in dieser Necessary-Brackets-Klasse ausgelagert wurde und da sehen wir jetzt ein Beispiel, ich muss beim Decorator-Pattern auch nicht verschiedene konkrete Decorator haben, es reicht, wenn ich einen habe. Hier haben wir jetzt quasi nur einen Concrete-Decorator, wir haben allerdings mehrere Concrete-Components. Auch wieder ein Beispiel, es ist halt nur eine Schablone, es zeigt an, wie die prinzipielle Lösung ist, in den konkreten Anwendungen kann es dann immer anders aussehen, ob wir jetzt mehrere Concrete-Components oder mehrere Decorator haben, das Prinzip dahinter ist das gleiche. Gut, und die Expression ist die Component und das ist schon mal interessant, weil die Cluster-Expression übernimmt unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Entwurfsmustern. Für das Object-Adapter-Pattern ist es das Target und für das Decorator-Pattern ist es der Component. Das heißt, das ist relativ interessant und auch der Grund, warum es jetzt keinen Sinn macht, immer zu gucken, dass das wirklich immer alles so benannt wird, dass das jetzt auch Component heißt. Manchmal bietet es sich an, das Sachen auch so zu nennen, dem Pattern, dem sie entsprechen, aber nicht immer ist das möglich. Gut, das Singleton-Pattern hatten die meisten relativ schnell erkannt. Das ist der Logger hier an der Stelle. Das ist wahrscheinlich relativ einprägsam und relativ leicht zu erkennen. Auch hier sehen wir, in der konkreten Ausführung gibt es hier jetzt tatsächlich noch eine Log-Methode, der ich einen String übergeben kann und wo ich neue Logging-Ausgaben generieren kann, weil der Logger sonst gar keinen Sinn macht. Und das ist quasi auch nicht die Idee von einem Entwurfsmuster, dass das jetzt alle Methoden und Felder auflistet, sondern eher so eine prinzipielle Idee vermittelt. Das muss auf jeden Fall in irgendeiner Form drin sein, in dem Programm. Gut, und Abstract Factory ist auch wieder relativ leicht zu erkennen, anhand der Namensgebung, da seht ihr, manchmal bietet sich das an, gerade beim Abstract Factory-Pattern nutzt man das gern in bestehenden Implementierungen, dass man die dann auch irgendwas mit Factory kennt. Es gibt also eine GUI-Factory, das ist die Abstract Factory, das ist unsere abstrakte Klasse, dann haben wir zwei konkrete Factories und jetzt ist bloß die Frage, was ist mit unseren Produkten, wo stecken unsere Produkte oder was sind unsere Produkte, die wir hier erstellen könnten. Genau, und das sehen wir ja hier, also hier gibt es eine Methode, create label, create button und die Antwort wäre eben, das sind eben Labels und Buttons, die wir erstellen und tatsächlich heißt es, dieses Pattern anzuwenden, Abstract Factory, heißt nicht zwingend, dass es unterschiedliche Objekte sein müssen, weil ich kann ja einen Button, wenn ich den erstelle, kann ich dem einfach eine Farbe mitgeben. Ich brauche vielleicht gar nicht unterschiedliche Objekte, in dem eigentlichen Entwurfsmuster haben wir vielleicht ein Produkt A1 und A2 und B1 und B2. In der konkreten Implementierung haben wir vielleicht bloß Labels und Buttons, das heißt, diese drei Klassen fallen auf eine zusammen, diese drei Klassen fallen auf eine zusammen, nämlich hier ein Label und hier ein Button. Gut, also da auch noch ein weiterer Unterschied, es heißt noch nicht mal, dass alle Klassen eins zu eins gebraucht werden und auch eins zu eins in dem späteren Anwendung sein müssen. Das macht es relativ schwierig natürlich und auch schwierig jetzt hier in dem Beispiel zu erkennen und tatsächlich, was man jetzt machen würde, ist einfach gewisse Rollen weglassen, die Rollen jetzt weglassen, die in dem Diagramm nicht auftauchen. Es gibt natürlich Labels und Buttons, aber die sind eben in dieser Darstellung nicht aufgeführt oder man könnte jetzt die hier noch dazu zeichnen. Gut, gibt es noch Fragen zu unserem Lösungsentwurf? Ja. 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 Ich wiederhole mal die Frage, falls wir es nicht alle verstanden haben und auch für die Aufnahme. Also die Frage war, was mache ich jetzt, wenn ich den Logger irgendwie verändern will? Ich will jetzt zum Beispiel umstellen, der Logger soll jetzt nicht mehr das auf die Kommandozeile ausgeben, sondern in der Datei schreiben und wie kann man das jetzt realisieren? Na, ich könnte jetzt einfach eine Methode anlegen, mit der ich das umstellen kann und sagen kann, bitte ab jetzt in die Kommandozeile, einfach bloß eine Methode ohne Parameter und die ändert das dann um. Das Einzige, was Singleton festlegt, ist, dass dieser Konstruktor eben private sein muss, damit man nicht mehr Objekte davon anlegen und ich würde eben auch nicht einen neuen Logger anlegen, das wäre dann wieder ein anderes Entwurfsmuster. Gut. Weitere Fragen? Ups, wäre ein bisschen schnell. Genau, dann kommen wir zum letzten Teil der Vorlesung, jetzt müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr jetzt auf die Uhr guckt, dass jetzt die Zeit schon so vorangeschritten ist. Wir haben, der letzte Teil ist relativ kurz und knapp, weil eigentlich den Großteil habt ihr jetzt schon mitbekommen, verstanden, aber wir wollen uns natürlich die Verhaltensmuster noch angucken. Auch da gibt es relativ viele und wir gucken uns jetzt das vermutlich häufigst eingesetzte Entwurfsmuster an, eben weil es am weitesten verbreitet ist in der Praxis. Gut, ich lasse euch jetzt kurz lesen, was unsere Motivation ist. Gut, auch hier gibt es wieder unterschiedliche Namen, Dependence und Publish-Subscribe. Publish-Subscribe ist wahrscheinlich etwa so häufig wie Observer-Pattern. Observer-Pattern ist der Name, der in diesem Gang of 4-Book steht. Gut, was haben wir da? Wir haben eine 1 zu viele Beziehung zwischen Objekten. So, und jetzt ist das so, es gibt quasi ein Objekt, das hat irgendwie einen gewissen Zustand und es gibt andere Objekte, die was machen müssen, wenn sich dieser Zustand ändert. Und jetzt kann ich auf die Idee kommen, naja, jedes Objekt, was an diesem Zustand, von diesem Objekt interessiert ist, das fragt einfach an. Alle Sekunde zum Beispiel, alle Sekunde fragt das mal an, hat sich da ein Zustand geändert oder gibt mir da einen Zustand, ich vergleiche den mit dem letzten Zustand. Das ist bekannt als Pollen, das heißt, ich würde quasi jedes Mal anfragen, hat sich was geändert, hat sich was geändert, da habe ich ein bisschen das Problem, wenn ich jetzt sage, ich mache das alle Sekunde, dann aktualisiert sich meine GUI vielleicht nicht so häufig, wie sie eigentlich könnte. und wenn ich das zu klein wähle, quasi dieses zeitliche Intervall, dann habe ich vielleicht einen riesen Rechenaufwand, weil ständig große Berechnungen laufen müssen, bloß um das irgendwie wieder zu aktualisieren oder diesen neuen Zustand abzufragen. Was man also eigentlich möchte, ist, dass das eine Objekt all diesen anderen Objekten auf der anderen Seite quasi einfach mitteilt, wenn es Änderungen gab. Und jetzt haben wir bloß ein Problem. Hier steht jetzt One-to-many-Dependency, also es gibt ein Objekt, das hat einen Zustand, es gibt aber viele andere Objekte, die an diesem Zustand interessiert sind, die quasi immer Bescheid bekommen müssen, wenn sich da was ändert. Und jetzt könnte ich auf die Idee kommen, naja, dann speiche ich mir einfach für jedes dieser anderen Objekte ein Feld ab und dieses Feld, dann gehe ich diese Felder alle durch und jedes Feld rufe ich auf und rufe die entsprechende Methode auf, die es eben braucht, um das wieder zu aktualisieren. Das Problem ist, dass wir dafür Sachen mischen und Sachen quasi eine Verbindung schaffen zwischen Klassen, die eigentlich eher unpraktisch ist. Eigentlich wollen wir, dass es möglichst wenig Beziehungen zwischen unseren Klassen gibt. Wenn ihr so ein Klassendiagramm seht, ist das auch einfach nachvollziehbar, wenn nicht jede Klasse mit jeder verbunden ist. Und andersrum sorgt es auch für viele Probleme, weil jedes Mal, wenn ihr ein neues Objekt auf der einen Seite hinzufügt, ein neues Objekt, was quasi auf diesen Zustand hören will, dann reicht es nicht, diese Klasse anzulegen, dann müsst ihr auch in das Objekt reingehen, müsst den Code nachvollziehen und müsst gucken, an welchen Stellen ihr da irgendeine Update-Methode aufrufen müsst. Was wir jetzt machen, ist die Kopplung zu vermeiden zwischen diesen beiden Klassen. Also weder das Objekt, das einen Zustand hat, an dem andere Objekte interessiert sind, soll die anderen kennen, noch sollen die anderen im Detail dieses Objekt kennen und die beiden sollen auch nicht über Polling oder ähnliches, also immer wieder nachfragen. Gut, das wollen wir verhindern und so ein typisches Beispiel, wir haben über das Model-View-Controller-Pattern gesprochen in der Vorlesung, wir haben irgendwie ein Modell, das hat Daten, wir haben Sichten und da hatten wir so ein Beispiel, ich habe irgendwie Daten in einem Excel-Dokument, in einer Tabelle und die möchte ich quasi einmal in einem Diagramm darstellen und einmal in einer Tabelle oder vielleicht in zwei verschiedenen Diagrammen, die zwei Aspekte beleuchten und wann immer sich diese Tabelle mit den Daten ändert, sollen auch die Diagramme entsprechend angepasst werden. Und jetzt möchte ich aber nicht an jeder Stelle, wo ich irgendwas an den Daten mache, möchte ich nicht jedes Mal mit den ganzen Views, die quasi irgendwie Daten anzeigen, kommunizieren. Das heißt, die Idee ist, das Datenobjekt, also unser Modell, zum Beispiel die Tabelle, die hat eine Liste von anderen Objekten, die daran interessiert sind, wenn sich was ändert in dieser Tabelle. Und dann werden die eben alle einfach durchgegangen und werden benachrichtigt. Gut, das Ganze funktioniert wie folgt. Erstmal, es gibt wieder zwei Klassen, die wir auf jeden Fall schon haben in unserer Domäne, in unserer Anwendung, in der wir das Problem haben und die müssen wir erstmal identifizieren. Das ist nämlich einmal das Subjekt, das Subjekt war das Objekt, wo ich immer noch hier gezeigt habe, was quasi das Objekt ist, das irgendwie einen Zustand hat, an dem wir interessiert sind und dann gibt es Observer, das sind andere Objekte, die an diesem Zustand interessiert sind und diesen sozusagen anfragen wollen. Jetzt wäre quasi die naivste Lösung, wer das Subjekt kennt, den Concrete Observer und der Concrete Observer kennt das Subjekt. So, da habe ich das Problem, sobald es einen neuen Observer gibt, muss ich den erst einbauen und muss dem Subjekt beibringen, dass es einen neuen gibt. Was wir dafür machen, ist, dass es einfach eine Liste gibt von Observern. Und zwar könnten wir in das Subjekt das schon reinmachen, hier ist es jetzt nochmal eine extra Klasse ausgelagert, in der Praxis könnte das auch sein, dass das Teil von diesem Subjekt ist. Hier ist es eine extra Klasse, die heißt Observable. Und alles, was die macht, ist eine Liste zu pflegen von anderen Klassen, die an dem Zustand interessiert sind. Diese Liste kann befüttert werden mit Add Observer, ich kann also ein neues Objekt hinzugeben und wir sehen, hier müsste wahrscheinlich noch ein Parameter hin, welchen Observer wir hinzufügen wollen. Remove Observer, auch da bräuchten wir Parameter. Dann gibt es eine Methode, um alle Observer zu benachrichtigen, also um auf denen irgendwelche Update-Methoden aufzurufen. Das ist quasi die Methode, die das Subjekt selbst braucht, also wenn das Subjekt seinen Zustand ändert, dann würde man also diese Methode Notify Observers aufrufen. Und dann iteriert man über eine Liste alle Observer und dann wird eine gewisse Methode aufgerufen. Damit das Ganze funktioniert, damit ich eine Liste von Observern haben kann, brauche ich aber eine gemeinsame Schnittstelle von allen konkreten Observern. Die müssen quasi ein gleiches Interface oder eine gleiche abstrakte Klasse implementieren. An der Stelle hier als abstrakte Klasse markiert, das könnte hier auch ein Interface sein, das würde genauso funktionieren. Und alles, was die hat, und das ist auch meist so bei Implementierungen, die man in der Praxis sieht, ist eine Update-Methode. Und diese Update-Methode wird aufgerufen, wann immer sich der Zustand ändert. Wenn sich hier in dem Subjekt der Zustand ändert, wird in diesem Notify Observer die Liste durchgegangen und auf jedem Observer wird diese Update-Methode aufgerufen. Und dafür muss natürlich der konkrete Observer, also alle Klassen, die an diesem Zustand vom Subjekt interessiert sind, müssen eben dieses Interface implementieren oder eben diese abstrakte Klasse davon erben. Gut, und jetzt kann man das auch wieder weiterspielen. Ja, es kann mehrere konkrete Observer geben, zum Beispiel in Tortendiagrammen und Balkendiagrammen, in dem Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie eine Tabelle haben, und dann kann es eben einen Datensatz geben und es könnte sogar diese tabellarische Ansicht, könnte eben auch eine View sein, die sich eben dann aktualisieren soll. Gut. Ja, das sollte tatsächlich schon gewesen sein zu den Verhaltensmustern. Ihr habt jetzt eben sechs solche Muster mal kennengelernt. Das ist ein bisschen schwierig im zweiten Semester, mit gerade erst Einstieg zur Objektorientierung, aber ich hoffe, gerade so mit den praktischen Aufgaben kommt da schon etwas rein. und wie gesagt, es kann durchaus sein, wenn ihr später nahe dran an der Programmierung seid, dann werdet ihr noch weitere Muster kennenlernen und benutzen, aber das hilft euch quasi auf jeden Fall mal für den ersten Einstieg und je näher ihr an der Programmierung seid, desto mehr dieser Entwurfsmuster wird der später auch kennen. Gut, jetzt nochmal zu dem Taschenrechner-Beispiel, da war nämlich eine Klasse drin, das habe ich eben beim Rumgehen bemerkt, dass da manche jetzt noch nicht wussten, was die eigentlich macht, weil die habe ich nämlich auch noch nicht erklärt. und zwar könnte man jetzt auf die Idee kommen, der Taschenrechner, da passiert ja gar nichts, möchte so eine Demo-Version haben, in der soll mal auch irgendwas berechnet werden, ohne dass man irgendwie Buttons drückt. Ich möchte also, dass ein Zähler von alleine hochzählt, im Sekundentakt von 1 bis 10. Wenn ich die Anwendung öffne, soll das hochgezählt werden. Wer möchte, kann sich auch denken, bis 10 macht keinen Sinn, bis 42 oder so, egal. Das machen wir als Extraklasse und die Klasse erbt hier von Value. Warum? Naja, weil einfach, das ist ein spezielles Value, das hat noch ein bisschen mehr Implementierung, das muss alle Sekunde mit so einem Timer seinen Wert irgendwie erhöhen und jetzt muss allerdings dieser neue Wert auch angezeigt werden. Also die grafische Komponente, die ja quasi hier in diesem Calculator drinsteckt, die GUI, die muss irgendwie aktualisiert werden, die muss mitbekommen, wann sich dieser Wert geändert hat. Und das kann man erreichen, indem man die beide koppelt, indem man irgendwie sagt, ich habe hier der Calculator, der kennt das Counter-Value, Counter-Value kennt den Calculator oder das Counter-Value gibt eben dem Calculator Bescheid. Das ist nicht schön, weil es mischt halt zwei Sachen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Warum soll der Counter-Value überhaupt irgendwie eine Referenz auf diesen Calculator haben, auf irgendwelche GUI-Sachen, vielleicht möchte ich ja den Taschenrechner auch irgendwann, irgendwann ist der so advanced, ich möchte ihn nicht nur im grafischen Oberfläche nutzen, sondern vielleicht auch so mit Ausdrücken rumrechnen und dann ist es ungünstig, wenn ich hier noch Referenzen drauf habe. Gut, und das könnte man jetzt umsetzen, man könnte jetzt gucken, wie man das Pattern, das Observer-Pattern, wie wir es jetzt besprochen haben, dass man das hier einsetzt und diese Verbindung hier vermeidet, man muss ja wahrscheinlich noch neue Klassen einfügen und sich überlegen, welche Methoden jetzt in welchen dieser zwei Klassen enthalten sein müssen. Kurze Zwischenfrage dazu, was wäre das Subjekt, Calculator oder Counter-Value? Wer ist dafür, dass Counter-Value das Subjekt ist in dem Beispiel? Wer ist dafür, dass Calculator das Subjekt ist? Okay, das waren jetzt echt wenig Meldungen. Also nochmal, wer ist dafür, dass Counter-Value das Subjekt ist? Gut, und das zweite nochmal, wer ist dafür, dass Calculator das Subjekt ist? Gut, also tatsächlich ist Counter-Value enthält die Daten. Also das Subjekt ist immer die Klasse, die irgendwie Daten hat, an die eine andere Klasse interessiert ist. Das heißt, das Counter-Value enthält einen Wert, der sich immer mal aktualisiert, hier jetzt einfach im Sekundenrhythmus, das könnte auch irgendwas anders sein, wie sich das aktualisiert, zum Beispiel, weil ein Button gedrückt wurde oder sowas und der konkrete Observer, das ist ja an der Stelle unser Taschenrechner, die GUI. Gut, das ist nochmal eine Übersicht über alle Klassen, aber die habt ihr schon gesehen und zum Abschluss der Vorlesung haben wir für euch noch ein Quiz und das machen wir jetzt kurz und dann machen wir, denke ich mal, fünf Minuten Pause und dann würden wir mit der Fragestunde beginnen. Gibt es von euch jetzt noch Fragen dazu? Gut, dann machen wir jetzt gerne das Quiz. Ihr könnt euch da nochmal prüfen zu den Entwurfsmustern und auch gerne nochmal melden, wenn ihr dazu noch Fragen habt und danach, ich würde sagen, wir beginnen dann um 15.25 Uhr mit der Fragestunde. So, das ist auch ein schönes Ende, mit dem Quiz so zu enden, war eben schon ein bisschen traurig, das ist mit dem Subjekt und dass ich das noch nicht so gut vermittelt habe, aber hier seht ihr irgendwie anhand von den Beispielen, ihr konntet jetzt schon gut diese Entwurfsmuster zuordnen, tatsächlich nur wenige Ausnahmen, wo mal was falsch zugeordnet wurde. Gibt es noch Fragen von euch dazu? Gut, dann nehmen wir uns jetzt nochmal ein paar Minuten Pause und dann legen wir gleich los mit der Fragerunde. Dann lasst uns weitermachen mit der Fragestunde, also, oder Fragerunde, ich weiß gar nicht, ob es eine Stunde wird, werden wir dann sehen, wie viele Fragen ihr mitgebracht habt. Also die Idee war, es steht jetzt seit Zeit lang die Prüfung an, 30.07. glaube ich, dass ihr nochmal die Möglichkeit bekommt, irgendwie Fragen dazu zu stellen. Etwas proaktiv sozusagen, na prinzipiell kommen natürlich die Inhalte dran, die wir hier besprochen haben. Insbesondere findet ihr jetzt einen aktuellen Foliensatz, wenn alles geklappt hat, mit allen Folien in dem Theme eurer Wahl. Im Dark Mode übernehme ich immer die Garantie, da gibt es immer mal noch so ein paar kleine Glitches, die wir da nicht wichsen konnten. Relevant ist, sehe ich auch so, was in Altklausuren kam, da könnt ihr euch insbesondere zum Ende der Vorbereitungszeit irgendwie vielleicht nochmal selbst mit überprüfen. Und das vermittelt euch auch so ein bisschen so einen Eindruck, wie diese Vorlesung, wie die Klausur so abläuft. Prinzipiell sind, ist für euch relevant, Vorlesungsfolien angucken, die Übungsaufgaben angucken, die Quizze, die wir in den Interaktionen oder diese interaktiven Aufgaben, die wir gemacht haben, das heißt also, die, die heute hier waren oder auch über das Semester, die werden da belohnt, weil wir durchaus auch solche Aufgaben, die nah dran sind an diesen Interaktionen, dann auch mal in der Klausur dann haben. Genau, wichtig insbesondere dazu noch, das ist quasi der Gesamtfrühensatz mit allen Vorlesungen und insbesondere hier auch nochmal der Hinweis, die Vorlesung, die quasi letzte Woche war, wo es jetzt nur Videos gab, die ist auch prüfungsrelevant. Also da kann es auch Aufgaben zu geben, das heißt, das jetzt nicht skippen, bloß weil wir hier uns nicht im Hörsaal getroffen haben. Ich hatte einen Wasserrohrbruch vor meiner Wohnung und da gab es einiges zu tun an dem Tag. Das tut mir leid, dass wir da das kurzfristig irgendwie absagen mussten, aber es war ihm auch nicht möglich, irgendwie so kurzfristig mich zu vertreten, deswegen hoffe ich, dass er das verzeiht, dass wir da einmal nur die Videos haben. Gut, habt ihr Fragen mitgebracht? Ansonsten wären das so die Inhalte, die ihr irgendwie erwarten könnt da in der Klausur. Vielleicht nochmal so die ganzen organisatorischen Sachen. Wir treffen uns da für 90 Minuten. Ihr könnt ein A4-beschriebenes Blatt vorne und hinten selbst beschrieben mit eurer Handschrift auch nicht auf den Kopierer gelegt und A0 in A4 verwandelt oder sowas, sondern wirklich handgeschrieben von euch ein Blatt vorne und Rückseite könnt ihr beschreiben mit beliebigen Sachen. Ist uns egal, wir gucken nur gegebenenfalls, ob es eure Handschrift ist. Typischerweise machen wir das so, das ist eine Klausur, das seht ihr auch in diesen Altklausuren, dass wir 80 Punkte vergeben in 90 Minuten und so ein grober Anhaltspunkt für euch ist, dass ihr auch so sehen könnt, wie viel Zeit solltet ihr in der Aufgabe stecken, dass es so grob ein Punkt pro Minute ist. Das haut nicht immer so hin und jeder ist unterschiedlich schnell bei verschiedenen Aufgaben und nicht immer lässt sich das so eins zu eins mappen, aber so grob könntet ihr damit quasi rechnen und gucken. Nicht, dass er jetzt irgendwie zehn Minuten damit zubringt, uns einen Text zu produzieren bei irgendeiner Aufgabe, wo es zwei Punkte gibt, dann wollten wir wahrscheinlich nicht in der Seite Text dazu haben. Gut, das vielleicht zu den allgemeinen Sachen. Hier vorne gab es schon eine Frage. Genau, also die Frage nochmal für alle war, woher weiß ich, wie viel ich schreiben muss, ob Stichpunkte gefragt sind, und ob einfach nur oder ausführliche Sätze oder Beispiele oder sonst irgendwas gefordert sind. Ich habe jetzt mal ein bisschen ausgeschmückt. Tatsächlich steht das in Fett gedruckt in jeder Aufgabenstellung drin, was wir von euch erwarten, zumindest erstmal prinzipiell. Da steht nämlich entweder Nenne. Nenne heißt immer, wo ist Stichpunkte? Ihr braucht da keine ganzen Sätze schreiben. Beschreibe, erkläre, erläutere. Ich glaube, jetzt habe ich alle. Das bedeutet, alle anderen Sachen bedeuten quasi immer vollständige Sätze. Und es ist jetzt nicht so, wenn wir da keinen Punkt finden oder wenn einem Satz irgendwie ein Wort fehlt, dass wir dann null Punkte darauf geben, sondern wir versuchen natürlich, die Sachen zu rekonstruieren. Aber wenn ihr irgendwo was erklären sollt und ihr klatscht uns zwei Stichworte hin, dann können wir darauf sehr wahrscheinlich nicht volle Punktzahl geben. Also klar gucken wir schon, dass ihr auch die Fachbegriffe dann wisst und nutzen könnt oder Vor- und Nachteile, wenn wir die erläutert haben wollen, zum Beispiel erläutern heißt an einem Beispiel, wir schreiben das auch meist nochmal dazu und das, was ich jetzt alles sage, was bedeutet Nenne, Beschreiben, Erklären, Erläutere, das steht alles nochmal auf dem Deckblatt drauf und wir sagen das auch am Tag der Klausur nochmal an, zur Erinnerung. Gut, aber insbesondere quasi, es wird ein paar Aufgeben geben, relativ wenig, aber wo ihr bloß was nennen sollt und an der Stelle quasi keine Zeit verschwenden mit irgendwie langen Sätzen und schön ausformuliert und hier noch ein einleitender Satz oder sowas, sondern versucht es relativ knapp zu schreiben. Und ansonsten seht ihr das teilweise an den Punkten und explizit, wenn wir sowas wie Vor- und Nachteile fragen von irgendwas, dann sagen wir auch meist dazu, wir erwarten zwei Vorteile, zwei Nachteile, so dass ihr dann wissen könnt, wenn so grob, wie viel ihr dazu schreiben sollt. Gut, gibt es noch eine Frage? Auch eine Frage dazu genau zu den Punkten zu den Freitagstfragen. Und zwar, ob man den Korrektor zeigt, oder dass man verstanden hat, worum es geht, oder dass es irgendwelche Schlüsselwörter gibt, die man da wiederholt, die man vor der Frage verstanden hat. Okay, die Frage habe ich nicht ganz verstanden. Also ich bin noch nicht ganz sicher, aber so grob ist die Frage, also soll man jetzt Sachen irgendwie umschreiben und zeigen, dass man es verstanden hat, oder soll man halt Fachbegriffe irgendwie benutzen? Also generell, wenn immer euch Fachbegriffe einfallen, schreibt die rein. Das ist nicht schlecht, vor allem, wenn die an der richtigen Stelle benutzt wurden, die Fachbegriffe. Ja, ansonsten ist es schwer zu beantworten. Die Idee ist natürlich schon, dass wir kontrollieren wollen, ob ihr das verstanden habt, aber wenn da steht, nenne Vor- und Nachteile dann, oder beschreibe oder erläutere die Vor- und Nachteile. Wir können jetzt, oder aus Fairness machen wir es dann auch so, dass wir jetzt wirklich auch nicht mehr Punkte geben, wo es war ja irgendwo eine Aufgabe, aber irgendwie ausführlich ja dann geschrieben wurde. Gut, ich weiß, vielleicht war jetzt vielleicht nicht so befriedigend die Antwort, aber... Ja, vielleicht auch so, wie Sie sagen, wenn die Antwort direkt auf der Ebene umfasst ist und dann, dass man schnell das klar ist, oder dass so ein Aspekt fehlt, der dabei ist, zum Beispiel, wenn es so entsteht, dass dann ein Punkt dafür ist, oder die andere Frage steht. Ja, also die Frage war nochmal so, wie stark wir uns quasi an die Musterlösung klammern. Also prinzipiell, klar, wenn wir jetzt irgendwie zwei Vorteile und zwei Nachteile fordern und jemand hat bloß einen Vorteil geschrieben, dann müssen wir irgendwo was abziehen, aber natürlich versuchen wir es sonst schon, nach dem Verständnis zu korrigieren. Es wird womöglich quasi auch Folgefehler geben, das heißt, wenn es irgendwie Aufgabe A gibt und B und B baut auf A auf, dann versuchen wir auch quasi Folgefehler zu geben und wir versuchen möglichst nach Verständnis zu korrigieren. Gut, gibt es sonstige Fragen? Vielleicht noch ein Hinweis, die erste Aufgabe, vielleicht auch die letzte, mal gucken, wird aus Multiple Choice bestehen. Das Multiple Choice wird so sein, dass es bei jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkeiten und wie Multiple Choice schon suggeriert, also man kann auch mehrere auswählen, es können mehrere richtig sein. Was wir da immer, also es könnte auch alles richtig sein, das heißt, es kann sein, dass wir erwarten, dass ihr alle vier Sachen ankreuzt, das ist manchmal so ein Missverständnis, aber das könnte passieren. Was allerdings nicht sein kann, ist, dass ihr nichts ankreuzen müsst von den Antworten. Da gibt es ja wahrscheinlich, kennt ihr das auch, verschiedene Systeme, dass man irgendwie so eine Spalte hat für Ja und eine für Nein. Bei uns gibt es einfach nur ein Kreuz oder ein Nichtkreuz. Ihr sollt quasi das ankreuzen und wenn man nichts angekreuzt hätte, wüssten wir nicht, ob ihr es bearbeitet habt oder einfach nichts angekreuzt habt. In der Vergangenheit haben wir es so gemacht, dass wir auf eine solche Frage mit vier My-de-Wid-Choice-Optionen einen Punkt gegeben haben, wenn alles richtig war, null Punkte, wenn es nicht richtig war. Wir haben uns jetzt für dieses Jahr überlegt, oder für diese Durchführung der Lab-Veranstaltung, dass es einen halben Punkt noch geben wird, wenn ihr an einer Stelle der Antworten abweicht. Um einfach noch eine Unterscheidung zu machen zwischen denen, die bloß mal irgendwo falsch liegen. Ansonsten könnte es eben sein, die eine Person hat irgendwie bei der einen Aufgabe, bei der einen My-de-Wid-Choice-Aufgabe dreimal was falsch angekreuzt und die andere hat es bei drei verschiedenen Aufgaben, dann ist das eine quasi ein Punktabzug und das andere drei Punkteabzug. Das wollen wir damit noch ein bisschen abfedern. Das macht die Beschreibung der Aufgabe relativ lang und ein bisschen komplexer, aber eigentlich nichts, wo ihr euch Sorgen drum machen müsst. Ihr sollt es nach bestem Wissen quasi einfach ankreuzen und es können euch keine Nachteile entstehen, wenn ihr jetzt eins irgendwie, also klar entstehen schlechtere Punkte, wenn ihr jetzt eins irgendwo falsch habt, aber ihr müsst euch da jetzt keine Sorgen machen, sogar eher ein bisschen fairer, glaube ich, die Bewertung. Gut, da gibt es noch eine Frage? Also die Frage war, wir haben ja jetzt viel mit UML gemacht und oft solltet ihr quasi aus einem Text irgendwie ein Modell produzieren und die waren dann auch relativ groß. Ist es klar, dass wir das im Blick haben? Das heißt, es ist vollkommen klar, dass wenn jetzt, wenn wir sagen, es braucht irgendwie für ein Aufgabenblatt sechs Stunden Vorbereitungszeit, dann ist klar, dass die Aufgaben in der Klausur jetzt vielleicht nicht ganz so komplex werden können, wie da jetzt jede einzelne Aufgabe. Das haben wir im Blick. Natürlich ist es auch so, dass ihr jetzt nicht den Aufgabentyp ja dann nicht zum ersten Mal seht in der Klausur, sondern dann quasi eine Übung auch schon mal gesehen habt. Aber faktisch versuchen wir schon, dass die in der Klausur eher ein Tuck leichter sind, aber die sind dann typischerweise eher kleiner und enthalten nicht weniger Randfälle. Wenn wir jetzt so ein UML-Diagramm irgendwie sehen wollen, dann wollen wir schon gucken, dass ihr auch die sprachlichen Konstrukte, die es da drin gibt, auch irgendwie kennenlernt habt. Ja, da gibt es noch eine Frage. Genau, ich will erst die erste Frage, weil sonst vergesse ich die. Also die erste Frage war, ob der Umfang etwa so ist wie die Altklausuren, die wir hochgeladen haben. Und ja, der wird etwa so sein. Das ist auch wieder, dass wir halt sagen, 80 Minuten, auf das planen wir es, sind 10 Minuten extra, man kann immer mal irgendwo drüber nachdenken oder mal irgendwas falsch machen. Genau, also Umfang etwa vergleichbar wie bei den Altklausuren. Die zweite Frage? Genau, das ist eine sehr gute Frage, Dankeschön, dass die kam. Also, wir haben die Folien auf Englisch, wir haben Übungsaufgaben auf Deutsch und auf den englischen Folien haben wir manchmal noch deutsche Fachbegriffe. Was wir jetzt machen, euch soll daraus kein Nachteil entstehen. Was wir versuchen, ist, dass an jeder Stelle in der deutschen Aufgabenstellung, die Klausur ist auf Deutsche stellt, englische Fachbegriffe mitstehen, wenn die Übersetzung nicht trivial ist. Ihr könnt jederzeit auch in der Klausur nachfragen, ob das von dem deutschen Wort, was da steht. Wenn wir irgendwo eine Übersetzung vergessen, könnt ihr da jederzeit nachfragen, ob das der gleiche englische Fachbegriff ist. Die Antwort, zur Antwort erlauben wir Deutsch und Englisch. Was ein bisschen unpraktisch ist, ist, wenn ihr das pro Wort wechselt, was Deutsch und was Englisch ist, weil dann wird es wahrscheinlich relativ schwierig für uns, das zu verstehen. Aber es wäre jetzt auch kein Problem, wenn eine Frage auf Englisch beantwortet ist und die nächste auf Deutsch. Also so A auf Deutsch, B auf Englisch oder sowas. Also im Prinzip habt ihr da freie Wahl sozusagen. In welcher Sprache ihr die Antwort formuliert, solange es Deutsch oder Englisch ist. Ja? Ja, also die Frage war, was ist jetzt mit Modellen? Ich weiß gar nicht, ob ich die andere Frage wiederholt habe, aber würde ich immer mal gern sagen, wenn ich die Frage nicht wiederholt habe, wo ihr die nicht versteht. Also die Frage war, ob ihr in Modellen euch auch die Sprache aussuchen könnt, also Deutsch oder Englisch. Tatsächlich würde ich sagen, ja, das ist in Ordnung. Also sowohl Deutsch als auch Englisch. Ich meine, wir schreiben die Aufgabenstellung auf Deutsch und ihr könnt dann auch deutsche Begriffe da nutzen, um die Zustände im Zustandsdiagramm zu markieren oder Ähnliches. Gut, sonst noch Fragen? Aber ich glaube, hier waren noch irgendwie zwei hintereinander, aber vielleicht war das die gleiche. Also die Frage war, wenn man es auf Deutsch beantwortet, ob man englische Fachbegriffe da reinschreiben darf, ich glaube, das können wir wahrscheinlich parsen. Also wie gesagt, solange es nicht abwechselnd Deutsch-Englisch ist, dann kriegen wir das, glaube ich, hin. Ich meine, ihr habt das auch gesehen jetzt in der Vorlesung heute, die Entwurfsmuster, wir wollen die auch nicht alle übersetzen. Das sind die englischen Begriffe, haben sich auch im Deutschen eingebürgert und das ist eben der Object Adapter und der hat die Rolle Target und das übersetzt man auch nicht alles. Gut, sonst noch Fragen? Ja. Ich habe dich noch nicht verstanden, sorry. Genau, also die Frage ist, wenn ihr Commit-Nachrichten schreibt, ich würde da eigentlich auf Englisch empfehlen und es gibt auch Teile von der Commit-Nachricht, die sogar Englisch sein müssen, weil da irgendwelche Keywords drinstehen. Also ein Beispiel wäre jetzt bei einer, wenn ihr Code schreibt und ihr schreibt irgendwie eine Klasse und da steht Public, dann sollte das bitte nicht in Öffentlich übersetzen und genauso gibt es auch in einem Conventional Commit, gibt es gewisse Bezeichner, die man quasi nicht übersetzt dann. Also sowas wie Feed oder sowas oder Befactor würde man eben nicht übersetzen oder Breaking Change. Aber an sich könnten die Nachrichten auch auf Deutsch sein, in einer Commit-Nachricht. Gut, noch weitere Fragen? Gut, ansonsten, ich meine, was ihr vielleicht jetzt irgendwie so, was ihr vielleicht schon seht, vielleicht aber auch noch nicht, gewissermaßen richtet sich die Vorlesung so ein bisschen nach dem Wasserfallmodell, nur dass ich für diese Vorlesungsreihe das auseinandergenommen habe, nämlich normalerweise fängt das Wasserfallmodell ja irgendwie hier an, also wir haben so Entwurfsprozesse und dann fängt das ja irgendwie an von den Anforderungen bis zum Entwurf und dann ist man bei der Implementierung und dann kommen wir irgendwie zum Testen und zur Wartung. Also das vielleicht noch so, vielleicht hilft euch das auch so ein bisschen zu sehen, wo kommt das alles her und tatsächlich haben wir das deswegen auch umgedreht, weil ihr, ich habe das sonst im dritten Semester unterrichtet und jetzt im zweiten Semester und ihr bringt natürlich jetzt noch nicht ganz so viel Programmiererfahrung mit und deswegen wollten wir euch wenigstens da abholen mit der Programmiererfahrung, also deswegen haben wir die Implementierungsnäheren Sachen quasi eher gemacht und die Sachen zur Modellierung dann etwas später. Gut. Letzte Möglichkeit, gibt es noch Fragen? Gut, dann würde ich nochmal kurz an Jana abgeben. Genau. Auch wenn das gerade von Thomas nach der letzten Möglichkeit für Fragen klang, noch kurzer Disclaimer, wir werden am Donnerstag auch noch eine Sprechstunde im LZI anbieten von 10 bis 12. Das ist in den Räumlichkeiten vom Lernzentrum, das ist im E-Gebäude, ich schreibe aber auch nochmal eine Ankündigung, da sitzen Emiram und ich da, ihr könnt einfach vorbeikommen, jederzeit, am besten nicht um kurz vor 12, sondern irgendwann vorher und nochmal Fragen stellen, auch zu Übungsaufgaben und zu allem möglichen. Genau. Dann abseits von der Vorlesung will ich nochmal ganz schamlos kurz Eigenwerbung betreiben, denn ich habe aktuell eine Stelle ausgeschrieben im Studienbüro und die Stelle richtet sich an Studierende, die Lust haben, ein sogenannter Culture Fellow zu sein und weil dieser Begriff ein bisschen merkwürdig ist, wollte ich den kurz erklären, damit ihr wisst, worauf ihr euch bewerben würdet. Ein Culture Fellow soll im Grunde dafür sorgen, dass Studierende und dozierende Personen sich ein bisschen besser miteinander verständigen. Das heißt, wenn ihr euch an euer erstes Semester zurückerinnert, dann habt ihr vielleicht auch in meiner Vorlesung gesessen und zwischendurch gedacht, ich habe gar keine Ahnung, was sie gerade von uns erwartet, weil ihr das ganze Konzept von Universität und Vorlesung noch nicht kennt und ich denke vielleicht, das wisst ihr alle schon, aber ihr wisst das gar nicht und dann ist ein Culture Fellow so als Zwischenperson da, die mit euch darüber spricht, was treten vielleicht für Missverständnisse auf, was sind vielleicht Unklarheiten in der Organisation oder Ähnlichem, die ich als Lehrperson gar nicht mitbekomme, die ihr als Studierender aber dann merkt und der Culture Fellow kann dann zu mir kommen und darüber mit mir sprechen und dementsprechend können wir dann die Lehrveranstaltung verbessern. Damit man weiß, was man da überhaupt machen muss und wie man diese ganzen Gespräche führt, gibt es tatsächlich eine Ausbildung dazu, das heißt, ihr werdet geschult zu Beginn des Semesters in allen möglichen Sachen, wie macht man das so, wie geht man auf die Studierenden zu, was muss ich da beachten und dann werdet ihr im Semester mindestens eine Lehrveranstaltung besuchen, die ihr schon besucht habt und euch da einfach teilweise mit reinsetzen, aber auch einfach in den Austausch mit den Studierenden gehen und das dann an die Lehrpersonen feedbacken, euch aber auch mit den Culture Fellows im Grunde einfach austauschen. Es geht explizit nicht darum, irgendwie fachlich da zu unterstützen und irgendwelche fachlichen Inhalte und Fragen zu beantworten, sondern es geht explizit darum, die Lehrveranstaltung an sich in der Qualität und Organisation zu unterstützen, genau. Die Stellenausschreibung findet ihr einfach, wenn ihr UPB Stellenausschreibung googelt und dann ist das eine Stellenausschreibung als SAK im Studienbüro für Informatik. Da steht mein Name überall drin, dann könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben und euch da entsprechend drauf bewerben und dann gucken wir, wo das hinführt. Falls ihr noch Fragen dazu habt, wie das so abläuft, dann könnt ihr euch auch einfach bei mir melden. Genau, falls das für irgendwen interessant ist, freue ich mich auf eine Mail und ansonsten wünsche ich euch eine gute Klausurenphase. Ich weiß nicht, ob Thomas noch Tschüss sagen will. Ja, also wir sehen uns ja dann nochmal zu den Klausuren vermutlich oder der Einsichtnahme. Aber schon mal Dankeschön für eure Mitarbeit in den Interaktionen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, auch ein Praktikum da zu sehen, wie ihr da vieles gelernt habt über das Semester. Und ich wünsche euch viel Erfolg für die Prüfung, nicht nur für die in Software-Engineering, sondern für alle anderen. Und bis bald. Treufe. Klausur. Vielen Dank.